Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 395. Mein Name ist René, außer dem Mitarbeiter Herr Marvin. Gude, hallo. Und der Hedden ist... Ja, servus, hallo. Hallo, hallo. Und der Herr Basti, der kommt auch gleich noch, der musste nochmal kurz weg, der hatte keine Zahnpasta und keine Hautcreme mehr, deswegen musste er jetzt gerade nochmal zum Supermarkt um die Ecke. Sehr gut, auch im Trainingsanzug hoffe ich. Im Trainingsanzug, ich bin gespannt, ob er Maske auf hat oder nicht, das werden wir ihm dann aber gleich fragen. Jetzt, wo es die guten Fußball-2093-Masken käuflich zu erwerben gibt, können wir eigentlich gar nichts anderes mehr erwarten. Vielleicht hätte man Heiko Herrlich einfach auch so eine Ladung von diesen Masken schicken sollen, vielleicht wäre das dann alles nicht passiert. Können wir mal nochmal nachdenken. Ja, das ist tatsächlich eine besondere Folge heute, wir müssen nämlich über Fußball reden, über Fußball, der tatsächlich auch wieder gespielt wird. Und wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz was anderes erwähnen. 19.05. heute vor zwei Jahren, ihr wisst noch was da war, muss ich jetzt nicht lange erzählen. Das ist doch der Größte eigentlich, wenn du überlegst, heute vor zwei Jahren, ich habe gestern die Bilder rausgesucht, gestern, also heute Morgen, dann heute Nacht habe ich schon gedacht, ach krass, das war ja vor zwei Jahren. Dann habe ich die Bilder gesehen, Dennis und ich, den Arm in Arm unter anderem, wir wussten gar nicht genau, was uns geschieht, was wir da gerade erlebt haben, denn ob man wirklich damit gedacht hat, oder davon geträumt hat, dass wir tatsächlich mal einen Pokal in den Händen halten, als Fan der Frankfurter Alltag, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber dieser Tag war einfach unfassbar. Also, einzige Freude die Woche bis jetzt. Ich bin vor zwei Wochen, als ich in die Waschstraße wollte und dann stand ich an der Kasse und hatte ein Eintracht-T-Shirt an und der Typ, also der Kassierer guckt mich so an, guckt auf mein T-Shirt und meint, ich bin zwar Bayern-Fan, aber das vor zwei Jahren, das war echt eine geile Nummer von euch. Und dann merkte ich nur, wie ich an dieser Kasse stand und auf einmal so überall, allein durch das Darandenken an diesem Moment, überall Gänsehaut hatte und es mich komplett geschüttelt hat. Großartig, ich werde diesen Tag vor zwei Jahren nie vergessen. Ich glaube, der Dennis auch nicht, tatsächlich hatte die, naja, ich würde mal sagen, eine weitere Anreise, beziehungsweise eine etwas beschwerlichere. Ja, aber machen wir uns nicht verrückt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und wie du schon sagst, Marvin, das Schöne ist, wenn dann auch so Bilder gepostet werden und so weiter, es kommt natürlich auch die, die heute hat, war ja jedes Social Media, ja, ich sag mal die Timeline voller Emotionen wieder, voller Videos, voller Bilder, die alles wieder zurückgeholt haben. Also, ich muss wirklich sagen, es war heute ein wirklich schöner Tag zum Schwelgen, gerade halt, wenn du es halt siehst mit der ganzen Scheiße, die wir sonst so haben und auch vom Wochenende war echt Tiefpunkt und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm tatsächlich, dass es jetzt zwei Jahre her ist und dementsprechend war die Freude umso größer, als ich heute Morgen das erste Mal so die Timeline aktualisiert hatte und da ein paar wunderbare Bilder gesehen habe. Danke dafür nochmal. Ich habe mir, glaube ich, auch gefühlt irgendwie 15 von diesen Social Media Clips wieder angeschaut. Ja, aber das kann man auch mal konsumieren, weil ganz ehrlich, die Sache ist ja auch die, das müssen wir tatsächlich auch, denn am Ende ist es ja irgendwie gefühlt so, dass die Eintracht uns jahrelang begleitet hat und das war so der absolute Klimax und das ist doch geil, dass wir es immer noch feiern, dass wir noch zwei Jahre danach und wir werden in zehn Jahren auch jedes Jahr, wir werden jedes Jahr diesen Tag feiern. Das ist einer der markantesten Daten, gerade für jüngere Eintracht-Ferns und ich finde das eine richtig geile Sache. Wir holen zwar nicht so viele Pokale wie die Bayern, aber dafür feiern wir sie auch im Nachhinein richtig. Ja, so ist es Marvin. Das ist korrekt. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen über die Eintracht aus etwas vergangenen Zeiten. Bevor wir jetzt über die Eintracht aus sehr aktuellen Zeiten sprechen, vielleicht gucken wir erstmal auf den Spieltag an sich und auch vor allen Dingen mit der Frage, wie habt ihr denn diesen ersten Spieltag erlebt? Wir haben ja die letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, in welche Richtung geht das? Kann man sich das wirklich angucken? Wie lange hält man das durch? Mich würde mal interessieren, wie viel Fußball habt ihr am Wochenende tatsächlich geschaut und wie habt ihr es so für euch wahrgenommen, erlebt? Ja, also ich fange mal ganz kurz an, wenn es okay ist. Ja, gerne, 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 gerne. Ich muss sagen, ja, Samstag, großartig. Der Restart, ich wäre ja bezüglich der ganzen Sache etwas skeptisch, habe dann die Konferenz geschaut und da gab es ja das große Spiel eigentlich, Schalke gegen Dortmund, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich ein gutes Ding. Ich muss aber sagen, dass mich die Konferenz komplett überhaupt nicht umgehauen hat. Das hing jetzt weniger an diesem konkreten Spiel, was ich gerade benannt habe. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit den anderen Partien dabei, da ist ja viel Füllmaterial dabei gewesen. Aber das konnte mich zumindest bis zum Eintrachtspiel, über das können wir ja gleich noch sprechen, aber des Mittags und auch, was ich am Sonntag dann gesehen habe mit den Bayern, weil unser nächster Gegner, das war für mich alles nicht richtig geil. Und jetzt habe ich mich doppelt gehört und jetzt hoffe ich, dass ihr noch da seid. Ja, wir sind ja noch da. Ja, ja, doch, doch. Alles klar. Weißt du, das war für mich nicht alles so richtig grandios. Gehe ich voll mit. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich gestartet mit einem Teil, ich hatte nebenbei die Zweitliga-Konferenz schon laufen und da wusste ich dann schon, okay, schauen wir mal, worauf wir uns später einlassen können. Und Marvin, du sagst es, es hat, also wenn dann noch Zweitliga, es fesselt einen ja wahrscheinlich so oder so noch ein bisschen weniger und die Partien waren jetzt auch nicht unbedingt der Brüller. Jetzt muss man natürlich sagen, echt viel Potenzial weggeworfen, wie wir es damals ja auch schon prognostiziert haben. Es hat mich wirklich nicht emotional abgeholt, hat mich mir auch leider schon so vorgestellt gehabt, weil einfach die Bildführung, die Videoführung, die Kommentare, es war alles einfach ein bisschen, Also wie immer eigentlich, genau, aber dann doch wieder so teilweise emotionslos, also das ist natürlich schon krass. Ich hatte ein bisschen drauf gehofft, dass vielleicht versucht wird ein bisschen, da hatten wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, mit mehreren Kommentatoren im Endeffekt, die ein bisschen über ein Spiel auch diskutieren etc. während des Spiels, mit noch mehr Co-Kommentatoren und so weiter. Also ich fand, das war wirklich nicht die Qualität, die ich mir erhofft hatte, als Mindestmaß, nämlich im Endeffekt mich zu unterhalten. Es hat mich wirklich nicht unterhalten. Marvin, du sagst es schon, obwohl dann so ein Kracherspiel dabei ist wie Dortmund Schalke, war es für mich eher Larifari. Ich war dann froh, dass man, ja sozusagen später auch uns ja sowieso im Einzelspiel, ich hatte noch mich gefreut, hat noch gedacht, oh jetzt kannst du dich schön drauf einstimmen, durch die Konferenz später, dann Einzelspiel, die Eintracht, aber also hat mich gar nicht abgeholt, leider auch. René, wie war es bei dir? Ich habe Konferenz halt nebenbei geschaut, also ich habe noch was gemacht, weil ich noch was fertig machen muss, dann hatte die Konferenz so nebenbei auf dem iPad laufen und habe da immer mal so mit einem halben Auge hingeschaut und halt dann, wenn es halt irgendwie gerade irgendwie schien spannend zu werden und da muss ich schon sagen, dann war das okay. Also ich habe jetzt nicht so viel erwartet. Mir war klar, dass Sky da jetzt nicht den Wunderhammer macht, weil ich die jetzt auch nicht für die Kreativsten halte, wenn es darum geht, irgendwie super tolle Produktionen da an der Land zu ziehen. Ich meine, wir reden hier von dem Sender, der hier irgendwie Bushy, Sechser-Kette und Pochers, weiß ich nicht, irgendwas hat. Also da zu erwarten, dass die jetzt ein gutes Produkt draus machen, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Von daher fand ich das eigentlich echt okay und es hat mir mit dieser geringen Erwartungshaltung und mit diesem Blick drauf mal zu sehen, wie das tatsächlich so funktioniert, eigentlich ganz gut gefallen. Und der Alex hat es gerade in den Chat geschrieben, er meint normalerweise, er hätte wahrscheinlich am Samstag niemand Konferenz geguckt, sondern alle hätten sich das Einzelspiel Dortmund-Schalke angeschaut. Und der einzige Grund war wahrscheinlich jetzt dieser Corona-Riestart, dass jetzt alle oder sehr viele vermutlich da einfach Konferenz geguckt haben. Was wahrscheinlich auch einfacher ist, weil halt, wenn du Glück hast, einfach auch mehr passiert als jetzt in so einem Einzelspiel. Ja, wobei, aber ich meine, es gibt schon Vorteile tatsächlich, die man benennen könnte, wenn man sagt, man guckt das dann wirklich im Einzelspiel. Hätte ich vielleicht auch tun sollen, tatsächlich. Finde ich einen guten Input, denn das war ja ein Top-Spiel. Ich finde schon, dass die bei den Einzelspielen, du hast gesagt, Dennis, es hätte sich jetzt im Bild nicht wirklich viel getan. Das muss ich sagen, sehe ich ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl gehabt, das müssten wir mal belegen können, aber gefühlt war es so, dass sie näher herangesoomt haben, weißt du? Dass es wesentlich näher herangesoomt wurde. Ich habe so im Endeffekt kaum wirklich gesehen, also natürlich hat man es immer wieder gesehen, aber ich habe an sich nicht großartig oft gesehen, dass halt jetzt die Ränge leer waren. Und natürlich dann, auch was ich dann später beim Spiel der Eintracht gegen Gladbach geschaltet habe, ist die Fake-Stadion-Atmosphäre. Und die gab es ja auch für diese Einzelspiele. Und das, muss ich sagen, hat mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen ein Gefühl vermittelt, und es wird einem natürlich künstlich was vorgemacht, aber es ist so ein bisschen mehr Stimmung dabei. Ja, das interessiert mich tatsächlich auch mal, aber vielleicht sagen wir erst mal Hallo zu Basti. Gude und Grüße. Hast du Hautcreme und Zahnpasta bekommen, die du noch kaufen warst? Ich habe das alles mir kaufen lassen, wie schlau ich bin. Aber ich würde gerne tatsächlich da einsteigen, wo Marvin eben aufgehört hat. Das fand ich sehr, sehr amüsant, diesen Stadionton. Ich weiß nicht, ob das extra war oder ob da einer nicht drüber gehört hat. Da war zu 60, 70 Prozent der Wechselgesang, dass die Gladbacher VfL geschrieben haben und die Eintracht hat Hurensöhne geantwortet. Sehr, sehr amüsant, muss ich sagen. Tatsächlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Kai Dittmann, weiß ich nicht, seinen Namen wechseln wollte, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, dass da so Plakate im Haufen einer Block hingen. Fand ich zumindest sehr, sehr amüsant, aber Marvin hat schon recht, das muss man sagen. Das hat zumindest das ein bisschen simuliert. Das war trotzdem alles so ein bisschen wie Cola Light. Also natürlich ein bisschen so, aber so weiß ich nicht, so richtig den Flash hat man nicht bekommen, was wahrscheinlich auch natürlich auch ein Spielack, muss man sagen, weil... Oh ja. Das hätte mich jetzt auch mit Zuschauern nicht arg begeistert. Ich habe die Variante mit diesen Zuschauertönen gar nicht ausprobieren wollen und ich glaube, ich hätte es auch gar nicht gekonnt, weil du, glaube ich, da auch irgendwie so einen speziellen Sky hast du nicht gesehen, Schnuffi-Buffi-Receiver oder irgendwas dafür brauchst. Zumindest habe ich bei mir die Tonoption nicht gefunden. Es ist schon, also gerade beim Eintracht-Spiel, wenn du wirklich so fokussiert versuchst, da ein Spiel zu gucken und das so gar nicht ohne Atmosphäre hast und über die spielerische Leistung oder Nichtleistung können wir ja dann gleich noch sprechen, das ist dann schon extrem anstrengend. Also Basti hat es ja schon gesagt, so ein Eintracht-Spiel an sich am Fernseher zu gucken, ist ja für unsereins sowieso schon eine extrem hohe nervliche Belastung und das Ganze dann noch ohne irgendwie so ein bisschen Reaktionen zu haben, auf die man sich dann vielleicht auch irgendwie schützen kann, ist halt auch echt doppelt schwierig. Ja, also wie gesagt, es ist alles nicht das Wahre und ich muss auch sagen, ich kann jeden verstehen, der jetzt überhaupt keinen Bock drauf hat, den ganzen Quatsch sich da anzutun, weil es ist wie gesagt ja im Endeffekt ja doch etwas, was wahrscheinlich weniger für den reinen Konsumenten gemacht wurde, weil wir haben es ja schon mal ganz normal schon gesagt, ich brauche es auch nicht jedes Mal gebetsmühlenartig wiederholen, aber es ist im Endeffekt so gewesen, dass wir zumindest bei dem Eintracht-Spiel so ein bisschen, hatte ich dann ein bisschen mehr das Gefühl, aber natürlich, weil ich mich halt auch aufgeregt habe und weil ich dann natürlich auch irgendwo anders emotionalisiert war und ich habe das jetzt auch nicht alleine geguckt, dann ist es ja nochmal vielleicht eine andere Sache. Guter Punkt, guter Punkt, Marvin, ja. Ja, ihr habt die Konferenz schon angesprochen, ich hatte, das war so ein bisschen tricky, weil die Konferenz ist eigentlich so nebenher gelaufen, kein Bock irgendwie, ist langweilig, was weiß ich, aber als Freiburg dann ein Tor geschossen hat und am Ende, kurz vor Schluss, hatte Freiburg, gab es vermeintliche 2-1-Siegtreffer geschossen. Ach stimmt. Da bin ich trotzdem, da bin ich schon ausgerastet. Also das hat sich, da war es mir egal, dass da keine Zuschauer waren, da bin ich genauso ausgerastet, wie ich ausgerastet wäre, wenn das in der normalen Zeit passiert wäre. So geil, geil, geil. Und ich habe mich genauso aufgeregt, dass das zurückgenommen wurde. Meiner Meinung nach immer noch unberechtigter Weise. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal an, wenn das jetzt schon funktioniert, wird das in einer Stunde beim Topspiel Eintracht auch funktionieren, in dem Sinne, dass ich es zumindest für die 90 Minuten ausblenden kann und zumindest Emotionen haben werde. Ja, und dann kann ich das Experiment leider nicht weiterführen, weil, ja, nach 6 Minuten, was soll ich da machen? Also egal, was passiert wäre, mit oder ohne Zuschauer, nach 6 Minuten wäre ich genau in demselben, lass mich in Ruhe-Modus gewesen. Also da konnte ich es dann nicht mehr messen, in welchen Anteil jetzt was trägt, sondern nach 6 Minuten war ich sauer und habe einfach probiert, das zu ignorieren, was jetzt da passiert. Aber das hätte ich auch gemacht, wenn ich im Stadion gewesen wäre. Da wäre ich wahrscheinlich, liebe Grüße an meinen Freund Lossner, hätte ich mich wahrscheinlich wieder in den Rausch geredet oder wäre kurz rausgegangen, pissen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ertrage ich sowas sowieso nicht so gut und ich weiß dann nicht, inwieweit das Geisterspiel dazu eine Rolle trägt. Auf jeden Fall ist dann diese Ahnung, die ich hatte, dass ich doch krasse Emotionen haben kann, die war dann weg, muss ich sagen. Jetzt sind wir ja schon quasi mitten im Spiel, dann lassen wir uns auch dabei bleiben. Eintracht gegen Gladbach, das Topspiel am Samstagabend 18.30 Uhr und irgendwie, ja, die Topspielstimmung hielt so ganze 36 Sekunden bei mir an. Dann habe ich das erste Mal frustvoll das Handy in die Ecke der Couch gepfeffert und einen großen Schluck von meinem Irish Coffee genommen, weil es war ja gleichzeitig auch internationaler Whisky-Tag, von daher stand entsprechendes Getränk dann auch zur Verfügung. Ja, und wie Basti schon sagt, nach sechs Minuten war irgendwie bei mir jegliche Stimmung weg. Die Tasse war leer und ich hatte so gar keinen Bock mehr auf Fußball. Tja, da ging es ja nicht wirklich alleine. Warst du nicht alleine, nein. Tatsächlich, ja. Weil natürlich, wir brauchen uns gar nicht darüber zu unterhalten, was war das denn für ein, also ganz ehrlich, ich habe echt gedacht, okay, naja, jetzt kommt man da rein, jetzt muss man sich diesen Kokolores auch ein bisschen geben, weil am Ende ist es natürlich so, wir hätten alle lieber, wir hätten ja jetzt hier gerade Saisonende gefeiert, ja, das wäre ja normalerweise Saisonabschluss gewesen und wir hätten jetzt irgendwie nochmal irgendwie schön feiern können, hoffentlich einen Klassenerhalt, ja, darüber müssen wir uns dann auch noch unterhalten und dann musst du das Spiel dann zu Hause gucken, du hast eh schon nicht diese Emotionalität, du darfst nicht feiern, das ist ja vollkommen zu Recht auch, wir wissen alle die Hintergründe und sitzen mal zu Hause auf unserem Bobbes und dann sehen, dass die Eintracht anscheinend auch noch auf der Couch sitzt, ja, und gedanklich überhaupt noch nicht da ist. Leute, wenn du dann überlegst, wie emotionalisiert ich auch aus unseren letzten Gesprächen rausgegangen bin, als wir letzte Woche das aufgenommen haben, richtig geil drauf, richtig Bock auf Fußball. Ja, ich hatte so einen Bock auf dieses Spiel. Und dann so ein Mist, wirklich, ich bin wirklich irgendwie auch zusammengebrochen, diese sieben Minuten oder sechs Minuten, wie ihr es schon sagt, also es hat einfach nur alles zum Platz gebracht und genau das ist passiert, was wir ja gehofft haben, was die Eintracht hinbekommt. Genau das, da muss ich auch dran denken. Ja, das hat mich komplett Auseinander ergriffen. Ja, genau das, was wir gesagt haben. Ich habe es Marvin ja dann auch gesagt. Grausam, grausam, wirklich. Das ist genau das, was wir uns für den Eintracht gewünscht haben, zu denken, okay, das mit Corona ist eigentlich egal, es läuft. Genau das ist Landbach passiert, das hast du ja dann gesehen, direkt 2-0. Das war genau dieses Ding, was du gesagt hast. Ja, diese Euphorie, die wir uns in der letzten Sendung eingeredet haben und die ich dann probiert habe, irgendwie auch am Tag zu haben, die stand sowieso auf tönernden Füßen. Also die war jetzt nicht real im Sinne von geil, das ist wieder alles drum und dran und wieder Emotionalität, sondern die war ja teils eingeredet, weil das trotzdem merkwürdige Atmosphäre sowieso ist. Und ganz ehrlich, das ist der Super-GAU für das. Das ist der Super-GAU für das. Ich probiere es mir jetzt schön zu reden, weil dann geht es nicht. Ich hatte dann sogar eine Zeit lang diese normale Eintracht-Hass, den man halt so hat, zu denken, was machen die? Kurz diese normalen Gedanken, wie konnte man im Sommer so und so viel Geld für den und den Spieler ausgeben? Aber selbst das war dann bei mir ziemlich schnell weg. Also das war dann vielleicht an dem Tag noch und dann, naja gut, so weiß ich nicht. Und ich habe jetzt dadurch einen ganz anderen Blick auf dieses Bayern-Spiel. Dieses Bayern-Spiel ist für mich keinerlei Impuls in mir drin, zu sagen, das gewinnen wir jetzt in irgendeiner Weise oder ich gucke mir das an und bin erst nach zehn Minuten sauer, sondern jag das vorher schon ab, muss ich sagen. Also anders, als ich es vielleicht anders machen würde. Das ist total krass. Das ist genauso bei mir auch. Also ich meine, ich bin ja sowieso jeden Tag in einem neuen Wechselbad der Gefühle unterwegs, zwischen Gleichgültigkeit und langsamer Vorfreude. Ich war am Freitag, war es mir richtig scheißegal, ob die Eintracht da spielt. Weil, wie gesagt, es ist nicht das Gleiche. Du hast so viele Elemente, die nicht Teil deiner Fußball-DNA in dem Moment sind, weil du nicht, du kannst nicht ins Stadion, du siehst deine Leute nicht, du kannst kein Bierchen vorher trinken, du kannst nicht schreien, du kannst natürlich die Leute zusammenschreien, aber das machst du dann halt in deiner Wohnung, aber halt jetzt nicht so emotional dabei sein. Da fehlt extrem viel. Du hast nicht das Gefühl, Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Das hört sich jetzt blöd an, aber als Fan, wenn man vor Ort ist im Stadion, hat man zumindest das Gefühl, man könnte eventuell durch laute Anfeuerungsrufe, durch Teil eines Gesamten zu sein, irgendwie durch emotionale Gesänge ein bisschen beiwirken, dass die Spieler einen Tick mehr emotionalisiert sind oder einen Tick mehr Bereitschaft zeigen. Das ist zumindest irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, die ich zum Beispiel als Fan einfach habe und das fehlt komplett. So und dann sitze ich da und habe mir dann aber jetzt ein bisschen Hoffnung gemacht und dann ist es komplett weg und wenn ich jetzt an die Hertha denke, äh, nicht an die Hertha, wenn ich jetzt an Bayern denke, auch obgleich der Tatsache, dass genau heute vor zwei Jahren das geilste Erlebnis, was ich jemals mit den Bayern hatte, und zwar, dass wir denen richtig einen auf den Sack gegeben haben, muss ich sagen, am Samstag, ich entwickle da nichts, da muss ich mir schon echt wieder viele Reingeheimnisse und muss schon sagen, naja, gut, die spielen zwar auswärts, aber so richtig auswärts ist es ja auch nicht, weil die haben ja auch keine Fans. Also ich muss mir jetzt echt schon Sachen ranziehen, damit ich mir irgendwie wieder motiviert bin und mittlerweile ist es eher so, ich muss erst mal die Ebene der Gleichgültigkeit verlassen. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass mir das schwerer als sonst fallen wird. Auf jeden Fall, ja. Sonst hat sich das immer so angefühlt wie, ja, wir regnen uns hier Dienstag auf, Mittwoch ist eigentlich egal und Donnerstag fängt es schon wieder an Bock zu machen. Also, das war eigentlich immer dieser Kreislauf. Ich glaube, hier machen wir mal eine Woche Pause mit, wir haben Bock. Also ich habe keinen Bock. das wird echt schwierig. Ich verstehe das. Ich gehe voll mit euch. Weil das ist gar nichts für mich. Also ich fühle da tatsächlich nicht viel, außer dass ich will, dass es vorbeigeht. Ich habe auch nicht mehr viele, also es hört sich jetzt blöd an, jetzt kommen wir gleich wieder in die Bewertung des Spiels oder Bewertung wahrscheinlich so fast so eine Saisonbewertung schon. Aber es ist ja aktuell noch so, ich habe jetzt nicht so viele Ziele gerade. Es hört sich jetzt blöd an, aber für mich ist jetzt so, irgendwie die Liga einigermaßen zu Ende bekommen, also Hauptsache halt nicht auf dem Abstiegsplatz, irgendwie so rüber retten. Ja, Pokal können wir mal sehen. Europa Cup weiß da auch nicht, was passiert. Die einzige Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, dass die Mannschaften absteigen, von denen ich es ganz gerne hätte, dass sie absteigen und dass die Eintracht halt nicht involviert ist. Und das ist für mich so das einzige Ziel. Ansonsten, ja, was soll noch passieren? Ja, ich glaube auch, ich bin auch in dieser Verdrängungsphase zu sagen, okay, ich bin schon mental im Abstiegskampf und selbst wenn das wäre, da würde ich das beiden Spiel auch nicht mit reinrechnen. Das fängt dann halt danach an. Zu denken, okay, können wir uns gegen Freiburg und Wolfsburg und Bremen, ganz ehrlich, ich glaube, das einzige Spiel in den nächsten Wochen, wo ich komplett drin sein werde, ist das Bremen-Spiel. Zu denken, okay, das ist so dieses Todesstoßspiel auch tatsächlich, egal was bis dahin passiert, die können faktisch uns bis dahin einholen, wir können die dann uns weghalten. Wer weiß, was bis dahin passiert, die waren auch nicht viel besser. Das ist dieses Spiel, wo man sagt, okay, damit könnte man sich zumindest dem entledigen, dass man direkt absteigt. Da musst du halt um die Relegation kämpfen und selbst da bin ich noch, stand heute zuversichtlich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn es tatsächlich dann elementar wird, zu sagen, okay, die Eintracht ist eine akute Abstiegsgefahr, dann könnte sich das nochmal ändern, aber aktuell ist es eher so, dass ich denke, das Spiel soll umgehen, dann spielen wir ziemlich zeitnah, glaube ich, gegen Freiburg, Dienstag schon. Dienstag schon. Dienstag, ja, ja. Ja, also das heißt, du hast auch gar nicht so lange dann irgendwie, um dich zu ärgern, über die 7-0-Niederlagen in München, so eine Art, und musst dann gleich weitergucken, dass du dann gegen Freiburg, zu Hause ist es auch. Das ist zu Hause, Dienstag 20.30 gegen Freiburg und dann am Samstag zumindest unentschieden spielst, dass du das Gefühl hast, so da ist wieder jemand da. Ja, aber wie du schon sagst, du hast ja gerade eben angesprochen mit deinem Kommentar zur Konferenz, Freiburg hatte man schon das Gefühl, die waren jetzt gegen nicht so starke Leipziger schon eigentlich auch ganz gut im Game drin, also da habe ich fast mehr Bamme um das Spiel, als tatsächlich jetzt auch um dieses Bayern-Spiel. Und Selbstläufe gibt es auf jeden Fall nicht, das ist klar, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich denke, wir werden und hoffe auch, dass wir eine andere Eintracht sehen werden am jetzt, am kommenden Samstag bereits, weil schlimmer als jetzt, als Samstag kann es eigentlich nicht sein. Jetzt muss ich aber sagen, das ist auch das, was mich natürlich dann ärgert, dass sie jetzt wieder verschlafen haben, so diesen Rees, das ist was, was mich nervt. Wenn ich jetzt sehe, dass die gegen die Bayern eine gute Leistung zeigen und dann verlieren wir, was weiß ich, 2-0 oder keine Ahnung, dann ärgere ich mich aber auch extrem, weil ich denke, verdammte Axt, dann wäre vielleicht gegen Gladbach, wenn du ein bisschen besser mitgehalten hättest, ein bisschen taktisch, es war ja wirklich, es war ja einfach von vorne bis hinten eigentlich scheiße und das nervt mich dann halt, dass du das so verschlafen hast. Sind wir mal ehrlich, die ersten beiden Tore, da war nix irgendwie mit, irgendwie super rausgespielt von Gladbach und das haben sie toll gemacht, da waren wir halt einfach nicht auf dem Platz, wie Marvin schon gesagt hat, da haben wir uns halt einfach komplett die Butter vom Brot nehmen lassen und das Brot haben sie uns auch gleichzeitig noch weggenommen, uns Portemonnaie auch noch, uns Auto haben sie uns auch noch unter dem Arsch weggeklaut in den ersten sechs Minuten, weil wir halt einfach irgendwie null drin waren und dann in der zweiten Halbzeit sind wir so ein bisschen besser reingekommen, aber so richtig geil war das auch nicht und wenn ich dann halt sehe, dass wir uns da vorher schon schwer getan haben und dann jetzt noch in dieser jetzigen Konstellation, also so langsam schwendet bei mir tatsächlich auch echt der Glaube, dass wir uns mental da irgendwie rausretten können. Tja, das ist halt so ein bisschen, das ist eine krasse Ansage, die haben wir teilweise jetzt auch schon bei Fußball 2000 irgendwo getätigt, die Sache ist, es ist eine schwierige Kiste, ich schwanke auch zwischen desaströs fatalistischen Gedanken und auf der anderen Seite auch, dass wir irgendwie die Kirche im Dorf lassen sollen, weil es ist irgendwie beides, aber das Schlimme ist, wir erkennen Parallelen von der Hinserie, die ungut waren, entdecken uns mittlerweile wieder ein bisschen im Strudel der Negativität, denn das Spiel gegen Gladbach kannst du immer verlieren, das ist Gladbach, die haben einen geilen Trainer, die haben eine geile Mannschaft und natürlich muss man das und ein 1 zu 3 wirkt jetzt auch nicht so total dramatisch, tatsache ist aber auch so, ich habe dann irgendwann auch gefühlt, dass die Gladbacher wahrscheinlich den Gang und zurückgeschaltet haben und die wollten uns jetzt nicht komplett abschlachten, das ist dann halt auch so eine Sache, die Eintracht muss jetzt für sich einfach sehen, dass sie wieder klarkommen und das kannst du natürlich schon gegen Bayern machen, aber trotzdem ist ja für mich Freiburg das A-Game, wo wir komplett wieder fit sein müssen, du musst, Freiburg musst du gewinnen, du musst, du musst gegen Bremen, musst du denen zeigen, wo der Fisch die Locken hat, ja, und am besten nicht da oben die Punkte belassen, sondern den Schirm mit runternehmen, das sind halt die wichtigen Spiele und ich glaube, eine Bewertung können wir ja sowieso erst, oder eine Hoffnung können wir, das ist halt, natürlich auch der Punkt, aber wir haben es auch selber gesagt, wir müssen uns vielleicht an das halten, was wir selber gesagt haben, im Sinne von, lass uns mit der Bewertung warten, auch wenn es dann, ganz ehrlich, man sagt das ja vorher so, warte mal, Gladbach-Payern, da muss man nicht gewinnen, das sagt man dann vorher, weil es dann wahrscheinlich auch richtig ist, rational, aber wenn du dann in dieser Szene drin bist, ärgerst du dich trotzdem und hast nämlich genau, was Marvin sagt, diese fatalistischen Gedanken zu der Zeit, aber wenn man probiert, darüber nachzudenken, gegen Bayern werden wir nicht gewinnen, wir werden dann auch noch nicht auf dem Abstiegsplatz stehen, wir werden nun vielleicht näher dran sein, wenn wir Pech haben und dann sind trotzdem diese Spiele, die man dann bewerten muss und das sind dann drei ziemlich zeitnah beieinander, du hast, Wolfsburg ist nicht, kein unbesiegbarer Gegner, Freiburg nicht und Bremen auch nicht so und wenn du die alle drei verlieren möchtest zum Beispiel, dann kann wirklich sagen, okay, der Baum brennt komplett. Aber sowas von brennt der dann leider. Bin ich voll bei euch auf jeden Fall, aber wir sind uns doch alle einig, dass ihr eine extreme Leistungssteigerung schon gegen die Bayern sehen wollt, auch wenn das Spiel eigentlich wurst ist, wirklich, weil wahrscheinlich da nicht viel geht, ich will trotzdem sehen, dass die Eintracht anders auftritt als jetzt am letzten Wochenende gegen Gladbach, weil mir tatsächlich das auch von der mentalen Seite her nicht gefallen hat. Das war nicht nur, dass taktisch da viel Scheiße gelaufen ist, dass wir teilweise, ja, ich sag mal, einfach Fehler vielleicht auch in der Ausstellung und so weiter hatten, sondern es sind natürlich Punkte auch dabei, der Einsatz, es wurde besser, ihr habt es ja schon gesagt, auch zweite Halbzeit war schon, wo man sagen kann, da hat man vielleicht den einen oder anderen Ansatz gesehen, der ganz gut lief und so weiter. Ich will aber unbedingt, dass gegen die Bayern ich schon sehe, dass da eine riesen Leistungssteigerung ist, die wir dann auch gerade in das Freiburg-Spiel mit rübernehmen können, um da dann die wichtigen Punkte einzufahren. Das ist eigentlich der wichtige Punkt, den ich hoffe, dass das auch so funktionieren wird, dass du schon gegen die Bayern nicht 7-0 untergehst, was dir das Ergebnis wieder, wo ich total kotze, sondern im Endeffekt, es muss, es wird wahrscheinlich am Ende verloren gehen, aber es muss zumindest von der Leistung her so sein, dass du siehst, ah, okay, die sind kämpferisch wieder zurück, die nehmen das an, die wissen, haben halt Pech gehabt im Endeffekt, hast gegen Bayern am Ende vielleicht keine Punkte geholt. Trotzdem ist das was, wo du vielleicht dann wieder aufbauen kannst, weil ich glaube, du redest tatsächlich, ihr habt gerade von dem berühmten Strudel gesprochen und diese Gedanken sind ja bei den Spielern auch okay, zuckig im Kopf. Und wenn du jetzt mit den zwei Spielen, und es sind ja nicht die ersten zwei Spiele, die wir in der Saison verloren haben, sondern wir kommen ja eigentlich aus einer miesen Zeit raus, dann hatten wir die Corona-Pause, und jetzt kommen wir schon wieder, jetzt knüpft da natürlich auch jeder an, oh Mist, jetzt wird es langsam wirklich eng nach unten und das darf eigentlich nicht passieren. Klar, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ist das nicht alles, sondern du musst jetzt schauen, dass du gegen die Gegner, die du jetzt hattest, Gladbach hast die Chance vertan, hast überhaupt nichts gezeigt, dass da irgendwie jetzt du unbedingt den Willen hast, aber gegen die Bayern will ich da unbedingt mehr sehen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Ja, ich bin da voll bei dir. Also, es ist für mich eine mentale Thematik, weil ich glaube, körperlich fit sind sie alle, und was das, klar ist das Ergebnis gegen die Bayern ein Stück weit egal, weil es sowieso auch das zweite Spiel jetzt nach, in diesem ganzen Restart ist, was du wahrscheinlich noch nicht sinnvoll bewerten kannst, gegen Bayern sowieso mit ganz anderen individuellen Charakteren und auch Stärken da auf dem Platz, aber um Gottes Willen, du darfst dich da jetzt nicht abschlachten lassen, weil das kriegst du, wie du schon so richtig gesagt hast, aus den Köpfen nicht raus, selbst da kannst du den Spielern vermutlich vorher fünf Tage lang erzählen, das Ergebnis ist vollkommen egal, wichtig sind die drei Spiele danach, wenn du als Spieler da vom Platz gehst und siehst irgendwie so ein hohes Ergebnis gegen dich und liest dann vielleicht auch die nächsten drei Tage noch irgendwelche Beiträge in irgendwelchen Sportberichterstattungsmedien, das hast du im nächsten Spiel, und das ist ja dann sehr nah dann auch dran, wie wir gerade eben ja schon gesagt haben, hast du das im Kopf und das darf dir halt einfach nicht passieren. Glaube ich tatsächlich nicht. Nicht? Ich glaube tatsächlich, dass das getrennt wird im Sinne von, die Anträge hat diese Saison tatsächlich genau so immer eigentlich immer gemacht, die haben richtig in die Schnauze bekommen und dann haben wir gedacht, jetzt geht es nach unten und dann haben die tatsächlich eine Reaktion gezeigt, ich erinnere trotzdem an die nicht spielerisch guten, aber zumindest kämpferisch guten Leistungen nach der Winterpause, wo wir dachten, Alter, als ich aus Paderborn nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab, so, dann wurde im Winter nichts gemacht, da war ich richtig sauer, aber dann wurden Reaktionen gezeigt, das heißt, die Mannschaft ist in der Lage, Reaktionen zu zeigen und der Trainer auch. Die Sache ist die, in München, fände ich es sogar fast ärgerlicher, wenn die Eintracht ganz, ganz lange mithält und dann irgendwie nur 1-0 verliert, sondern dann soll das den Klausern 3-0. Wenn es ein unglückliches Ding ist, meinst du jetzt? Vielleicht, was? Wenn es so ein unglückliches Last-Minute-Ding irgendwie ist. Und scheinbar sind ja nicht alle Spieler direkt im Game drin, aber ich würde die Spieler, auf die man jetzt zählt, die würde ich drin lassen, dass sie Spielpraxis sammeln, das muss wichtig sein, jetzt darf sich keiner verletzen und wenn irgendeiner dabei ist, der wichtig ist, der noch nicht komplett fit ist, dann lass den da draußen, weil es geht Dienstag schon weiter. Bei aller Liebe, bei Fee wurde es damals kritisiert, dass er das gemacht hat. Der hat, glaube ich, Zambran draus gelassen, weil er viel gerne Karten hatten oder so. Würde ich jetzt absolut verstehen, weil es ist kein, es ist nicht so ein Ding, wo du sagst, ey, das ist respektlos, sind 7.000 Frankfurtern, die da mitfahren. Da sind keine. Das ist nicht so, dass du sagst, wir brauchen die unbedingt, um in die Champions League zu kommen. Das ist tatsächlich, du kannst es probieren, wenn du merkst, es geht nicht, dann musst du das Spiel wegmoderieren und kannst tatsächlich auch üben da. Du kannst tatsächlich auch üben und ich glaube, nach diesem Gleitbauspiel ist die Abwehr tatsächlich auch aufgefordert, zu üben, wie man gescheit verteidigt. Und wenn das ein Spiel ist, wo man probiert, die Fünferkette wieder reinzumachen, um dann gegen Bayern einen richtigen Stress test zu haben, damit das gegen Freiburg besser wird und gegen Wolfsburg und gegen Bremen, das ist ein bisschen wie mit Gewichten joggen. Du sollst mit den Gewichten nicht deine Bestzeit holen, aber wenn du die Gewichte abmachst, will ich, dass du fit bist. So sehe ich das Bayern-Spiel. Das Bayern-Spiel ist für mich tatsächlich mit Gewichten joggen und gucken, dass du den Stresstest bestehst, dass diese Abwehr, die tatsächlich bei diesen zwei Toren überhaupt nicht auf dem Platz war, dass die zumindest das Gefühl haben, okay, wir haben hier zwar verloren, aber vielleicht ähnlich wie Union Berlin, nur 2-0 und können daraus Selbstvertrauen schaffen, dass wir zumindest zu Hause Freiburg wegmoderieren könnten und da zumindest einen Punkt holen. Sorry. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ich habe mich eigentlich gedanklich noch gar nicht damit befasst, zu sagen, okay, vielleicht sollte man das eher als Trainingsspiel sehen. Passt ja besten zur Kulisse tatsächlich. Vielleicht ist es aber so. Ich meine, du hast wirklich weniger, ich meine, das ist ein geiler Punkt tatsächlich, dass du wirklich echt niemanden hast, bei dem du jetzt irgendwie Rechenschaft ablegen musst, wenn es halt mal schief geht, aber wenn du Dinge probiert hast, weil die Fans, die sonst immer mitfahren und die sonst schon fast dem Erlebnistod da geweiht sind, weil wenn du nach München fährst, erlebst du in der Regel eher einen Schrecken, als dass da irgendwas Positives kommt und diese Pressure hast du ja momentan nicht und dann mach doch was, dann probier was und ich finde gerade, was du auch gesagt hast, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das mit der Abwehr, über die Details können wir ja gleich noch sprechen, dass man das irgendwie einübt, aber dann wirklich sieht, dass man nur die Leute aufstellt, von denen man denkt, dass sie so fit sind, auch im Kopf, dass sie das jetzt über mehrere Wochen hier durchziehen können. Weil das wird ein Stresstest, das ist jetzt schon ein Stresstest und du musst jetzt irgendwie sehen, dass du deinen Kader zusammen bekommst. Wir können immer Pro und Kontra argumentieren. Ist es gut, dass wir den aufgestellt haben? Viel wurde über Ilseger gesprochen. Da gibt es sowohl das Pro als auch das Kontra-Argument. Man sollte das sowieso nicht an einzelnen Spielern festhängen, aber man sollte gucken, in die Mannschaft reinhören und dann gucken, wer ist fit, wer hat Bock und wen kann ich am besten dafür aufstellen für die wenigen Wochen. Ja und vor allem sollte man das auch nicht jetzt nach diesem ersten Spiel, nach dieser ja sehr ungewohnten und auch langen Unterbrechung machen. Also ich habe mich selbst auch erlebt, wo ich auch auf den einen oder anderen versucht war zu schimpfen und mir dann gedacht habe, ey, die haben die gleiche Problematik wie ich auch. Du weißt nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Die haben zwei Monate ihren Job nicht richtig ausführen können. Du weißt nicht, was da sonst noch irgendwie im Hintergrund ist und jetzt stehen die da auf dem Feld und von denen wird etwas verlangt, was sie auch üben müssen und ja auch keine realistische Chance dazu hatten. Also vielleicht ist jetzt auch diese Einzelverurteilung von Spielern absolut falsch. Das kann sein. Das ist nicht so schnell, Leute. Aber trotzdem musst du dich ja an irgendwas abarbeiten. Was sollen wir jetzt machen? Also Marvin hat es ja schon gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass es der zweite Spieltag ist, sondern es fühlt sich vielleicht so an. Aber es ist nicht der zweite. Es ist jetzt kurz vor Saisonende. Also es ist jetzt so, dass das, was jetzt passiert, große Auswirkungen hat. Das müssen die auch wissen. Und das sind auch nicht so, dass, ach, die haben so dann nicht zusammengespielt. Haben sie schon vielleicht nicht in der Konstellation. Das hat aber Gladbach auch nicht. Also das ist kein Eintracht-Handicap, wo man sagen kann, ja, die haben und bla bla bla. Nee, das ist, jeder hat jetzt dieselben Voraussetzungen. Gladbach hat natürlich eine bessere Mannschaft. Nichtsdestotrotz gibt es Kritikpunkte, die auch unabhängig vom starken Gegner gelten müssen, zu sagen, Leute, es kann nicht sein, dass du nach 6 Minuten 2-0 hinten liegst. Das geht nicht, Punkt. Die Abwehrarbeit, wie du schon gesagt hast, ja. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur die Abwehrarbeit. Ich meine, wenn wir das, wenn wir das jetzt logisch fortsetzen, wir gehen, würde ich sagen, von mir aus gehen wir schon zur Spielanalyse, dann sehen wir ja deutlich, dass es eben natürlich die Abwehr ist, die am Anfang geschlafen hat. Fakt ist aber, wir haben im ganzen Spielaufbau eklatante Mängel halt gesehen und es ging eigentlich über weite Strecken nach vorne gar nichts. und es hat sich ja die Systemfrage ja schon angeschlossen, kann sein, dass sich durch einen Wechsel des Systems etwas ändert, aber du musst halt auch sehen, dass die Leute, die das Potenzial haben, endlich wieder zu diesem Potenzial, zu der Potenzialentfaltung kommen, weil irgendein Konzept für die Offensivbewegung muss da sein und die habe ich beispielsweise oder gerade gegen Gladbach halt einfach nicht gesehen. Ja, ist richtig. Stimmt. Da haben wir so gar nicht viel mehr zu sagen, Marvin. Das ist wirklich ein Riesenproblem und ihr habt es ja schon gesagt, Einzelspieler hier rauszunehmen und zu sagen, das war jetzt scheiße, denkst du, das ist schwierig. Es gibt natürlich hier den einen oder anderen, der tatsächlich mit vielen, vielen unglücklichen Situationen aufgefallen ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch, müssen wir jetzt einfach daraus lernen, der Trainer muss es sehen und ihr habt es richtig gesagt, wir müssen eigentlich die Spieler aufstellen in der Konstellation, die momentan uns am vielversprechendsten auch für den Rest der Saison gilt und das ist genau der Punkt, den ihr auch schon korrekt rausgestrichen habt. Bayernspiel schauen, dass du im Endeffekt hier tatsächlich einen Stresstest versuchst, der natürlich dann auch den einen oder anderen vielleicht überfordern wird, dann natürlich in der Stelle mal reagieren, aber im Endeffekt wirklich an eine Struktur festhalten, die wir jetzt festlegen und das ist tatsächlich ein guter Punkt, Marvin, auch den du da gebracht hast, wir müssen natürlich schauen, woran liegt denn dieser fürchterliche Spielaufbau auch? Also mit der Abwehr, Basti, ich stimme dir auch schon ganz zu den zwei Toren, das ist einfach indiskutabel, da musst du einfach sagen, so kannst du in der Bundesliga nicht verteidigen, wahrscheinlich nicht mal in der zweiten, dritten oder sonst irgendwas, das geht einfach nicht und im Spielaufbau, wir haben ja hier schon länger das Problem und das ist ja kein Problem, nach Corona ist auf einmal der Spielaufbau verloren gegangen, wir haben ja hier schon länger das Problem, dass wir tatsächlich da große Defizite haben, liegt das tatsächlich dann am Spielerpotenzial oder ist es langsamer Zeit doch nochmal eine andere taktische Einstellung zu machen, dass einfach Spieler, ich weiß nicht, was helfen kann, vielleicht die Passwege zu verkürzen, muss ich wirklich sagen, die Räume an gewissen Stellen etwas enger zu machen, dafür wieder längere Bälle zu spielen, mehr über Außen, die Außen mehr zurückziehen, ich weiß es nicht, tatsächlich, vielleicht habt ihr schon, vielleicht seid ihr von der taktischen Ausrichtung her schon weiter, ich muss aber tatsächlich sagen, was wir da am Samstag gesehen haben, war wirklich über große Teile wirklich unter aller Sau und leider hat es mich dann doch teilweise an Spiele erinnert und auch wenn man sagt, natürlich hat die Eintracht auch in der vorherigen Zeit immer mal gute Spiele geleistet, es war aber auch doch, dass man gedacht hat, verdammt, dieses Spielaufbauproblem und das Nichtfinden der Stürmer ist ein bekanntes Problem und das ist natürlich schade, dass wir hier jetzt auch die ganzen Wochen, natürlich kannst du nicht voll trainieren und so weiter, aber man hat da meiner Meinung nach überhaupt keine Entwicklung gesehen, mag geschuldet sein an, wir konnten da trainieren und so weiter und so fort, aber ob da jetzt was Innovatives noch kommt und so weiter, ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr da noch einen anderen Take zu, ich habe mich einfach, war einfach nur, damit es einfach noch von dem Gefühl sagt, ich bin einfach enttäuscht, weil ich einfach mir mehr erhofft hatte und das ist tatsächlich alles so ein bisschen zusammengebrochen am Samstag. Ja, aber du hast schon einen guten Punkt angesprochen, finde ich. Das hat sich gar nicht so angefühlt, als wäre großartig was anders, muss ich sagen. Ja. Also, das war einfach, dieses Spiel, wenn man jetzt ausgeblendet hat, was da auf den Rängen ist und was vorher war, diese Spiele haben in der Hinrunde und am Anfang auch in der Rückrunde schon teilweise auch genauso stattgefunden. Also, du hast gemerkt, es geht nichts, es geht nichts und es ist auch kein Impuls da, es ist kein Spieler da, der es irgendwie an sich reißt und es ist auch keine Systematik da, die dafür sorgt, dass man zumindest das Gefühl hat, die Eintracht ist handlungsfähig. Das war wieder dieses Gefühl für Gegner, es ist so unglaublich einfach, die Eintracht momentan wegzumoderieren, indem du machst unsere linke Seite zu, du lässt irgendwie den Spielern, die bei uns nicht so gut kicken können, den Ball, dass die die öffnenden Pässe spielen müssen. Liebe Grüße an Ilsancker, der zwei Dinge an deinen Seiten ausgesegelt hat. Das kannst du ja als Gegner beeinflussen. Du kannst ja dann quasi die Spieler, die ein bisschen besser fußballerisch sind, zustellen, dass quasi diese Spieler die Spielereröffnung machen müssen, denn dann stehst du da. Hinti hat ab und zu mal eine gute Idee, wenn er einen langen, harten Ball spielt, der hat so ein bisschen diesen Laserpass, den Boateng irgendwie. Fand ich, du siehst es in kleinen Zügen, siehst du das halt immer wieder, was da eigentlich dahinter steckt. Ja genau, das hat der, aber du kannst es als Gegner zu leicht, ganz ehrlich, das ist zu einfach momentan und das war die ganze Zeit schon so, das setzt sich jetzt fort und das ist glaube ich tatsächlich auch, was diese Angst verursacht. Nicht dieses, klar, wenn das jetzt ein verrücktes Spiel gewesen wäre und das ist Corona und irgendwie kuriose Gegenteure, alles möglich, ist ja immer so. Aber ich glaube, dieses Spiel hat sich zu viele Leute an zu viel erinnert, was diese Saison schon passiert ist. Ja, das ist leider richtig. Es ist genau das und ich meine, auch wenn ich jetzt schon wieder anfange, von wegen, oh, ich mache mir so ein bisschen Bedenken, mache mir so ein bisschen Angst so darum, dass wir da unten reinrutschen können. Ja, das hängt halt einfach bei mir da zusammen, weil ich jetzt einfach schon relativ viel mit der Alter erlebt habe und auch weiß, wie schnell es einfach nach unten gehen kann. Ja, das muss man uns auch verzeihen, ganz ehrlich, jeder der sagt, mach da nicht so rum, es ist ja nicht so, dass wir nicht ein bisschen vorgeschädigt sind, also bei aller Liebe. Also uns wurde jetzt schon oft viel erzählt, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut, zack, Zweite Liga. Also es ist nicht so, das haben wir auch oft schon besprochen, dass das völlig unbegründet ist. Natürlich sind wir vielleicht ein bisschen übervorsichtig teilweise, aber ganz ehrlich, das sollte man schon verstehen, finde ich. Ja, definitiv. Das sollte man verstehen und im Endeffekt ist es ja auch so, lieber ein bisschen zu früh waren, denn wie gesagt, das kann ganz schnell gehen und dann verlierst du gegen Gladbach und du verlierst gegen die Bayern, alles cool, alles easy, wir haben davor gesagt, musst du jetzt erstmal, musst du schlucken, musst du mitnehmen, aber dann, wenn es dann gegen Freiburg ist, wenn du gegen Freiburg halt verlierst und immer noch kein Konzept hast und das ist halt das Ding, es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwie verlierst, du kannst immer verlieren, und du kannst auch gerade gegen die Bayern verlieren, gegen Gladbach auch, aber du musst halt sehen, dass sich vielleicht was entwickelt oder dass du eine Spielidee hast, von der du sagen kannst, dass du sie gerne forcieren würdest, dann ist es kein Drama, wenn wir aber spätestens gegen Freiburg überhaupt keinen Offensivdrang sehen, dann wird es echt eng. Genau, das ist es. Genau. Und das ist halt trotzdem auch wieder, und da hat die Eintracht auch in dieser Saison, hatten oft schon diese Spiele, so, oh, jetzt ist Druck auf dem Kessel, die Eintracht hat dann oft geliefert, teilweise, teilweise aber auch nicht und du bringst dich immer wieder in die Situation, dass du dann halt diese Spiele hast, und das ist eigentlich unnötig, weil eigentlich könntest du, wenn du ein bisschen mehr drin in der Saison wärst, ein langweiliges Dasein im Mittelfeld fristen, so, also nach oben geht nichts, nach unten geht nichts, hast du mal Ausreise nach unten, nach oben, und guckst, dass im Sommer eine Analyse gemacht wird, was alles falsch gelaufen ist, weil definitiv Sachen falsch gelaufen sind, braucht mir auch keiner was erzählen, wie es am Ende der Hinrunde gemacht wurde, von wegen Doppelbelastung, so viele Spiele, bla bla, nee, es muss knallhart analysiert werden, aber nach Möglichkeit mit ein bisschen mehr Ruhe und im Sommer, du hast selber den Druck, dass du gegen Freiburg spielst, und was ist denn, wenn es wieder blöd läuft, und du liegst 1-0 hinten, da fängst du wieder an zu überlegen, hast du keine Fans, bla 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 bla, das heißt, diese Gefahr ist ja da, die ist da, dass du dich in Situationen bringst, wo du mit viel Druck auch Fehler machen kannst, die dann dazu führen, und wenn du auch noch irgendwie ein bisschen Pech hast, dass du dann da unten reingerätst, und ich will nicht tatsächlich, wie es bei der Konferenz tatsächlich schon war, nicht nur auf Freiburg schauen, ob die in Leipzig gewinnen, sondern auch hoffen, dass es nicht heißt, Tor in Düsseldorf, und das Ding ist, das eine kommt ja dann dummerweise auch zum anderen, weil wir sprechen jetzt darüber, wir haben eh so eine schwierige Situation, dass wir als Fans alle irgendwie zu Hause hocken, zu Hause hocken müssen, und wir eigentlich nur hoffen können, dass die uns nicht komplett krass brauchen, das heißt jetzt blöd an, aber ich glaube schon, dass du in einem potenziellen Abstiegskampf sehr, sehr darauf eigentlich angewiesen bist, doch nochmal eine Emotionalität, eine besondere Stimmung im Stadion zu haben, die irgendwie nach vorne pushen kann, und sobald du, gerade so, ich weiß, gerade eine Mannschaft, die es eigentlich nicht gedacht hätte, dass sie in Abstiegskampf kommen könnte, wie beispielsweise die Eintracht, die glaube ich nicht mit der Saisonprognose auch davon ausgegangen sind, okay, wir rutschen da rein, die auch im Winter, glaube ich, nicht gedacht haben, okay, das wird für uns irgendwie eng, wenn das irgendwann wirklich passiert, und du schlitterst so tröpfchenartig eins nach dem anderen immer weiter unten rein, und plötzlich findest du dich da, und dann hast du nicht die Möglichkeit, mit Fans irgendwie eine Einheit zu bilden, wir hatten vor ein paar Jahren die ganze Aufjärtskampagne, da war es auch so, da war against all odds, aber man hat dann gesagt, okay, man geht zusammen diesen Weg, egal wie beschissen diese Serie davor lief, und man hat zusammen diesen Ausweg gefunden, und das würde dir diese Saison komplett fehlen, und ich warne davor, und hoffe, dass es nicht dazu kommt, und deswegen müssen die vorher die Punkte einfahren, damit wir ganz relaxed, mit, was weiß ich, 35, 36 Punkte die Saison beenden, schön Boogie machen, und sagen, okay, wow, erste Halbgeisterspiel-Saison, naja, geil war es nicht, aber wir haben es irgendwie überstanden. Schön Boogie machen, gefällt mir Marvin. Sehr guter Sendungstitel auch. Ich notiere das mal. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, würde am liebsten einfach abwarten, was passiert. Wir müssen eben abwarten, wie gesagt, wir haben das Spiel unter ganz neuen Bedingungen gesehen, und ich glaube, wir müssen auch noch gegen Bayern abwarten, und irgendwie dann können wir langsam uns ein Urteil, glaube ich, erlauben, würde ich sagen. Ich glaube auch tatsächlich so, mein Bild, also mein Dings, was ich im Kopf war, es ist tatsächlich egal, was gegen Freiburg, und dann geht es vielleicht nochmal schief, und das hatten wir auch immer. Ich muss tatsächlich dann auch sagen, da muss man wieder diesen Modus anschalten, auch wenn er ohne Fans ist, aber erinnert euch an diese Kovac-Saison, da hatten wir ein Spiel zu Hause gegen Hoffenheim, da hat jeder gesagt, wenn er das verliert, war es das. Und er hat das Spiel verloren. Und das war es dann eben doch nicht gewesen. Also es ist so, selbst wenn wir gegen Freiburg und Wolfsburg verlieren, dann müssen wir halt gegen Bremen gewinnen. Also es ist so dieses Ding, Abstiegskampf hat tatsächlich dann den Vorteil, dass du nicht so pacen musst wie im Kampf um eure Bot-Pokal-Plätze. Das heißt, deine Gegner sind nicht besser und du hast nicht so, dass die alle so viel punkten, sondern du kannst dann dadurch, dass du mal irgendwann mal drei Punkte holst, einen riesen Schritt machen, weil das ein Schneckenrennen ist. Aber in dem Modus will ich jetzt noch gar nicht sein, weil es tatsächlich auch schwierig war, den Modus überhaupt anzuschalten, sich mit diesen verkackten Geisterspielen auseinanderzusetzen. Also das ist ja nicht weg, es ist ja nicht so, dass wir denken, ach da habe ich jetzt einmal geguckt, das Bierstrahl gewöhnt. Nee, ganz ehrlich. Also im Gegenteil. Ja, genau so. Also es ist eher so, dass es mich wieder ein bisschen weiter weg treibt von Fußball-Emotionalität. Also momentan ist es tatsächlich so. Also momentan, wie gesagt, ich war nach Samstag, wie gesagt, wir waren alle emotionalisiert, wir haben das Spiel, wir haben diskutiert, in regen Chatgruppen und da waren für uns wenigstens irgendwie noch dabei. Wir hatten ja danach noch die Fußball 2000 Live-Sendung gehabt und da warst du natürlich komplett im Modus. So, dann gehst du aber Sonntag, machst du den Fernseher an, schaust dir den Katsch an und denkst, Alter, was? Und ich habe nur Sky Go. Das heißt, ich konnte noch nicht mal die Stadion-Atmosphäre so wirklich genießen. Ja, also Stadion, ihr wisst, was ich meine, die Fake-Stadion-Atmosphäre, wie erbärmlich das schon klingt. So, und dann gucke ich und gucke ich und höre eigentlich nichts, bis auf so hier, so Bällchen hier hin und her schießen. Das war für mich eine komplette Eskalation. Mega lahm, mega lahm. Naja, Freunde. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Gibt es noch irgendwas Gladbach, was wir sagen wollen? Naja, Respekt nach Gladbach tatsächlich. Liebe, genau. Herr Rose. Genau, Herr Rose ist ein geiler Typ. Neue Büffelherde ist jetzt in Gladbach zu Hause, liebe Grüße. Also man muss auch sagen, liebe Grüße, weil echt ohne Scheiß, geile Leistung. Ich gucke mir die Mannschaft tatsächlich auch ganz gern an. Insofern, no hard feelings. Ich habe ja schon viele Vereine gedisst, völlig zu Recht auch. Grüße nach Nürnberg, aber, oder Grüße nach Bremen. Keine Grüße. Aber bei denen muss ich sagen, habe ich nichts gegen die weitermachen. Genau. Sehr gut, ja. Würde ich sagen, machen wir hier auch weiter. Der Herr Basti hat gerade eben festgestellt, neben Zahnpasta und Hautcreme fehlt auch noch irgendwie Putzmittel und Duschgel. Deswegen muss er jetzt leider wieder weg. Das war schön, dass du zumindest kurz dir die Zeit genommen hast. Du gehst jetzt zu den Kollegen von 390 rüber, ne? Ja, guck mal, was da so ist. Ich hoffe, da muss ich nicht mehr über die Eintracht sprechen. Das würde mir ganz gut tun. Danke, meine Frieden. Aber ich befürchte, Axel wird sich darauf ansprechen. Ja, gut. Auch rein, Fasti. Schön, dass du da warst. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö, tschö. Ja, dann steht jetzt hier auf meinem Ablaufplan Aufstellung gegen die Bayern. Ja. Ach du, Jemini. Ja. Aufstellung gegen die Bayern. Naja, die Sache ist im Endeffekt so, dass ich mir vorstellen kann, dass wir wieder mit Kevin Trapp spielen. Da hast du es dir jetzt irgendwie so einen Ticken einfach gemacht. Ja, du hast recht. Aber wir haben eben schon angedeutet, worum es natürlich maßgeblich gehen wird, ist die taktische Umstellung des Ganzen. Also es ist, da stellt sich natürlich schon die Frage, mit wem wirst du diese ganze Situation angehen? Welche Spiele, ja, wie wirst du das bemühen? Ich bin mir momentan nicht so wirklich sicher. Natürlich sind so Leute wie Hinteregger auf jeden Fall gesetzt, aber Dennis, wenn du willst, kannst du ja mal anfangen. Können wir diese, vielleicht, würden wir denn alle eine Rückkehr zu fünf beziehungsweise drei hin, ja, würden wir das bevorzugen? Sind wir da irgendwie alle d'accord oder wie sieht's aus? Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach der, der Erfolgsquote wegen, weil ich meine, zumindest, vielleicht ist es auch nur gefühlt, ich kann es tatsächlich an Fakten momentan nicht ausmachen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Eintracht besser mit der Fünferkette punktet und dadurch, ihr habt es dann richtig gesagt, wir befinden uns eigentlich schon mitten im erweiterten Abstiegskampf. Es geht darum, jetzt dann die Punkte zu machen auch und dann hast du ja im Endeffekt, kannst du wirklich hier einen Boogie machen, wie du so schön gesagt hast, Marvin. Nee, ich muss wirklich sagen, ich denke schon, dass wir zurück zur Fünferkette kommen, also dass es uns guttun würde, vielleicht dann auch tatsächlich mit so Spielern wie Hasebe, der wieder in die Libero-Position rücken könnte, da wieder eine größere Rolle spielen könnte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so, wie wir jetzt am letzten Wochenende gespielt haben, taktisch, gut, Hütter ist ja eigentlich sein präferiertes System, aber so jetzt in den nächsten Wochen, weiß ich nicht, ob ich da so gut mit leben könnte, weil wie ich jetzt schon richtig gesagt habe, es geht halt nach vorne nichts. Da nagel ich dich mal fest, das heißt, also wir haben hinten auf jeden Fall erstmal Trapp, das ist klar, darüber brauchen wir nicht reden. Jawohl. Dann haben wir in der Innenverteidigung, haben wir ja erstmal, eigentlich sagen wir mal, wir haben ja drei Leute, drei, die wir jetzt, natürlich die Wünferkette, aber die rutschen ja dann so ein bisschen nach vorne. Das heißt, Mitte, 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 das ist halt die Frage, ob du Hasebe da mit reinziehst. Ich hätte in der Mitte fast eher Hasebe gesagt, dass du im Zweifelsfall auch dann nochmal jemanden hast, der a, das Spiel hinten nur ein bisschen ruhig macht, aber den du halt auch für den Spielaufbau gebrauchen kannst und da wäre dann Hasebe in der Mitte für mich eher so die logische Konsequenz daraus. Okay, das heißt, also, okay, alles klar, ist ja kein Problem. Wäre Hinti dann links. Hinti links und Abraham, der Logik nach rechts und Indica und Touré rotieren zumindest aus der Abwehr erstmal raus. Also mit Touré kann ich Ich glaube, Abraham soll nicht stehen. Ja. Also ich würde tatsächlich fast sagen, dass Indica drin bleibt, aber nicht mehr auf dieser klassischen, ja, ich sag mal, ganz, ganz links, sondern genau, genau, genau. Sehe ich genauso. Bin ich vollkommen bei dir tatsächlich, Dennis. Ja. Sehe ich genauso. Das heißt, wenn wir jetzt zwei gegen einen stimmen, heißt es, dass wir hinten Hasebe, Hinteregger und Indica haben. Ja? Ja. Ja. Okay. Das heißt, dann gehen wir weiter nach vorne. Wen sehen wir dann, wen sehen wir dann weiter vorne? Wen würdet ihr denn bringen? Also aktuell war es ja, war es ja eine ganz andere Situation, aber wen würdet ihr jetzt dann rechts, also ja genau, vorne bringen halt. Also beispielsweise, der Costa ist ja momentan komplett außen vor. Der scheint ja gar keine Rolle zu spielen wollen. Da frage ich mich halt ernsthaft, woran das liegt, dass der da überhaupt keine Rolle spielt. Ist der wirklich so schlecht geworden? Ich meine gut, der hat in der Saison davor auch, muss man auch dazu sagen, zum gewissen Grad auch über seinen eigentlichen Fähigkeiten gespielt. Das war schon eher so die 130, 140 Prozent Leistung, die er in den Jahren davor geliefert hat. Aber trotzdem kann der nicht so schlecht sein, dass der jetzt da überhaupt keine Rolle spielt. Auch am Wochenende, du kannst fünfmal wechseln, du nutzt davon auch eine ganze Menge und du bleibst da als der Costa da auf der Bank sitzen. Also da würde ich mir an seiner Stelle auch so ein bisschen die Frage stellen, bin ich hier noch richtig? Tja, das ist natürlich genau eine gute Frage. Und ich finde ehrlich gesagt, dass da Costa ist auch teilweise gut zurecht rausrotiert, weil er schlechte Spiele gemacht hat. Ich meine, wie immer in der Bewertung müssen wir natürlich überlegen, künstliche Überhöhungen von Leuten, die gerade fehlen, die tun uns auch nicht wirklich gut, weil sie natürlich gerade, also emotional sind sie das richtige Mittel, aber ob es dann faktisch passt, wissen wir nicht. Man muss aber bei da Costa sagen, der hat schlechte Spiele gemacht, auf jeden Fall, vielleicht war es aber wieder eine Option, aber wie sieht es denn aus mit Chandler? Ist Chandler jetzt nicht langsam wieder fit? Also ich meine, ich denke, dass der die logische Konsequenz für die rechte Seite ist. Also ich muss sagen, da Costa, was mir am wenigsten bei ihm gefallen hat, ist, die Laufbereitschaft war ja echt noch okay, aber diese Flanken war ja wirklich dann teilweise, dass du gesagt hast, wow, das war echt richtig mies. Und da muss ich tatsächlich sagen, sehe ich die etwas höhere Qualität momentan bei Chandler, der, Marvin, du sagst das richtig, wenn er fit ist, die Meter auch gehen kann, denke ich. Es ist sowieso ja, musst du schauen vom System her, was willst du dann am Ende eigentlich spielen? Ist das was, wo Chandler sehr, sehr offensiv dann doch rausrücken soll? Oder ist es dann doch was, dass du auf der rechten Seite trotzdem noch eine weitere Verstärkung hast, die im Endeffekt sich so ein bisschen mit ihm abwechselt? Welcher Spieler kommt da noch in Frage? Das ist so ein bisschen, ich denke, dass Chandler tatsächlich vor der Costa an der Stelle zu bewerten ist, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie fit er wirklich ist. Ja gut, er ist ja wieder eingewechselt worden beim letzten Spiel, da hast du ja schon zumindest gesehen, okay, die Marschrichtung ist richtig, ich würde einfach mal sagen, vielleicht wollen wir es mit ihm da vorne probieren, also das könnte eine Option sein. Ich orientiere mich tatsächlich so ein bisschen an einer Weiterbildung des Konzepts, was wir beispielsweise gegen Leverkusen hatten. Gegen Leverkusen haben wir sehr, sehr gut gespielt, da war ja der Costa dann tatsächlich auch drin. Wenn wir sagen, dass Chandler in der Rückrunde ja schon einige Male wunderbar genetzt hat, dann geht es dann weiter, wenn wir uns das Mittelfeld ansonsten angucken, haben wir Rode da, wir haben So, beide wollen wir drin lassen oder wie sieht das aus? Also von meiner Seite aus Rode auf jeden Fall, das ist eben jemand, der natürlich da bissig ist. Bei So bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, also er hat für mich jetzt in den letzten Spielen nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber ich hätte jetzt auch ehrlicherweise halt keine Alternative. Ich hätte eine mit Toro, aber ich habe keine Ahnung, warum er keine Spielzeit bekommt. Das ist natürlich für mich jetzt hier schwierig. Ihr habt es gerade gesagt, du hattest die Möglichkeit, fünfmal zu wechseln und Toro ist weiterhin auf der Bank geblieben. Ist natürlich eine schwierige Situation und jetzt in dieser Situation einen Spieler zu bringen, der eh vielleicht auch emotional da aus anderen Gründen ja belastet war, vielleicht auch körperlich oder spielerisch im Moment noch nicht so wirklich in der hunderttausendprozentigen Form ist. Keine Ahnung. Also es finde ich schwierig, weil wir ja hier, und das ist ja hier die Überlegung auch, denke ich, bei uns allen, dass wir hier eine Mannschaft hinstellen wollen, die für den Rest der Corona-Runde sozusagen da ja immer spielen soll im Idealfall und nur wenn eben mal gewechselt werden muss, weil zu viel Belastung ist oder irgendwelche Verletzung ist, dann eben jemand anderes reinrücken soll. Und da ist für mich tatsächlich Toro momentan nicht der, der in der Startelf steht, sondern eher der, der mal eingewechselt wird. Was ist denn mit Fernandes? Tja, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Fernandes hat auch ja beispielsweise bei DQ. im Hinspiel war Fernandes auch mit dabei, der kann, der geht halt auch mal dahin, wo es wehtut. Du brauchst vielleicht auch wirklich einfach jetzt in der Situation mal einen, der halt, wie du schon sagst, auch mal so ein bisschen das Ding an sich reißt, die anderen auch mal anflaumt, aber halt auch mal wirklich dahin, wie schon gesagt, dahin geht, wo es wehtut, halt auch einfach mal einen Fuß drauf hält. Aber es ist schon spielerisches Elend dann im Mittelfeld, ne? Ich weiß es nicht. Gut, Rode ist natürlich schon krass. Ja, aber es geht jetzt ja auch nicht um Schönspielen. Also wir wollen jetzt ja nicht irgendwie den Wettbewerb im Schönspielen gewinnen, sondern es geht ja auch darum, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, mal etwas auszuprobieren, in Anführungszeichen, um in eine Richtung zu kommen, wo du sagen kannst, okay, wir haben jetzt ein Notsystem gefunden, mit dem wir uns zutrauen, gegen die kommenden Gegner, Freiburg, Wolfsburg, Bremen, Punkte zu holen, damit wir nicht total in diesen Abstiegstrudel da reinrutschen. Und da ist es mir vollkommen egal, ob der Filigran aus 45 Metern den Ball in die Ecke zirbelt, oder halt einfach den Müller fünfmal so gegen das Schienbein rotzt, dass der halt heulend auf dem Platz liegt. Martin, du erst mal dein Tag? Ja, es ist schwierig tatsächlich. Gegen die Bayern ist es natürlich jetzt auch eh erst mal so, dass du Dinge probierst, aber du hast halt tatsächlich mehr Leute, die nicht, ja sag ich mal, Kreativitäts, ja, so viele Kreativitätsergüsse haben, weil Fernandes hast du jetzt, da hast du genannt, genau, seine letzte Saison, du hast tatsächlich jetzt natürlich auch Leute wie Ilshanker, ja, ebenfalls eher ein Holzfuß, ne, und was du an sich noch machen könntest, alternativ ist, dass du halt sagst, du stellst, ähm, dass du Gacinovic aufstellst, kannst du natürlich tun, ne, du kannst natürlich, nachdem wir gesagt haben, wir haben rechts Chandler, dann gehen wir mit Rode, dann könntest du natürlich statt So, könntest du durchaus sagen, okay, wir probieren es mit Gacinovic, hat ja auch gute Erfahrungen schon mit den Bayern gemacht und daneben würde ich vielleicht echt Fernandes setzen, warum nicht, dann setz doch eher mal Fernandes und falls das nicht funktioniert, dafür dann, ähm, Ilshanker rein und links hätten wir dann Kostic, also das wäre dann unser Mittelfeld, oder? Also jetzt, okay, nochmal wie, du hast links Kostic, rechts Chandler, in der Mitte hast du Fernandes, ähm, Gacinovic und Rode. Ah, also Fernandes dann wahrscheinlich ein bisschen zurückgezogen, oder dann eher so noch ein Stück dazwischen. Ja, und wenn das nicht funktioniert, du hast ja fünf Wechsel, dann Fernandes raus, Ilshanker rein beispielsweise. Ja, ich gebe zu bedenken, ähm, dass, wir hatten ja gerade eben schon gesagt, dass du vielleicht dann auch mal Spieler schonst, die du in den Spielen danach haben willst, Ilshanker hat am Wochenende die vierte gelbe Karte gesehen, ähm, noch einer und er macht ein Spiel Pause und dann ist also die Frage, willst du das gerade gegen Freiburg haben oder brauchst du ihn dann da? Dann wäre das für mich so ein bisschen ein Ausschusskriterium für ihn tatsächlich. Muss man überlegen, tatsächlich. Finde ich ein guter Einwand von dir. Hast du vollkommen recht, ne? Muss man überlegen. Aber wollen wir jetzt mal damit gehen? Kann man damit gut gehen? Ja, ja, klar, logisch. Ich sag mal, Garzinovic ist auf jeden Fall für mich eher, äh, der Spieler auch, der, ähm, jetzt mal schauen muss, dass er seine Chance bekommt, weil er tatsächlich gegen die Bayern vielleicht, du hast richtig gesagt, gute Erfahrungen gemacht hat, da vielleicht ein bisschen der, der Knoten sich auch vielleicht nicht ganz so viele Gedanken drum macht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist vielleicht auch jemand, der eher ein bisschen frei ausspielt und, ja, warum nicht? Klar, wäre geil, wenn sein Knoten platzen würde. Ist einer, der halt auch durchaus ein bisschen Pace hat, also wenn du dann halt auch sagst, du gehst in so eine Kontersituation, ähm, dass der Kerl sprinten kann, wir haben ja vor, äh, über das Pokalfinale gerade eben gesprochen, wenn der will, kann der halt auch schon rennen und vielleicht tatsächlich ist das, das hatten wir auch, glaube ich, in der, in der vorletzten Folge schon mal besprochen, vielleicht ist, ist er auch so ein Spieler, der ein Stück weit davon profitiert, wenn halt eben nicht so viel Ablenkung von den Ringen kommt. Ja, kann gut sein. Jetzt bin ich aber gespannt, Leute, jetzt nach vorne, ne, also jetzt, jetzt kommt ja nochmal die, die kleine Creme de la Creme, äh, ich bin, ich bin jetzt wirklich gespannt, wen wollt ihr da vorne stellen? Ne, viel Auswahl, viel Auswahl hast du ja nicht, also wir haben jetzt ja noch zwei Positionen offen, ich finde auch, du solltest durchaus mit zwei Stürmern spielen, weil dieses eine Einstürmer-Variante, ähm, haben wir in letzter Zeit gesehen, ist zu einfach zu auszurechnen, dann stellst du halt dem Einstürmer zwei Leute auf die Füße und dann ist das Thema durch, du brauchst irgendwie so ein bisschen Ablenkung da vorne und so viel Auswahl hast du dann nicht, ja, ein Juwelijic ist verliehen, ein Pacencia ist, ähm, noch verletzt, nicht wirklich fit, damit bleiben halt nur zwei Dost und Silver, wen anders willst du denn da stellen? Ja, also du könntest natürlich überlegen, ob du Kamada noch machst, ne? Ja, genau, du könntest Kamada im Zweifel noch einsetzen, ich würde aber auch, was du schon gerade gesagt hast, ich würde genau damit gehen, wir haben Silver, wir haben Dost, beide können die gleiche Sprache sprechen, sie müssen es vielleicht einfach mal beweisen, ich würde es echt probieren, ich würde es echt probieren mit den beiden. Gerade wenn du halt auch sagst, du gehst, du gehst jetzt über Flanken, wir haben vorhin Chandler mit dem Argument darauf geschrieben, dass wir gesagt haben, der kann halt auch Flanken, dann brauchst du halt auch vielleicht einen wie Silver, der ein bisschen Körper hat, auch wenn er mir ein bisschen zu leicht fällt, aber das ist so vielleicht auch meine persönliche Wahrnehmung und mein Problem, dass ich mit dem Spieler Dost da nicht so richtig warm werde, aber du brauchst vielleicht dann auch mit Silver und Dost zwei, die in der Lage sind, Kopfbälle zu verwerten und du brauchst meiner Meinung nach auch zwei Stürmer mit ein bisschen Körper da vorne, wenn du dir dann die Bayern-Innenverteidigung da anguckst, dann will ich da irgendwie so ein Kamala, der prallt ja an den Jungs ab und liegt zwei Meter weiter hinten. Würde mir gut gefallen, auch gerade wenn Kostic wieder seine Meter machen kann, da vielleicht dann ein paar Flanken abnehmen, er hat auf der anderen Seite Chandler, also vom Grundprinzip her gefällt mir die Ausstellung wirklich gut. Das Einzige, was ich so ein bisschen, ich hoffe, dass es nicht zu einfach ist, es zuzustellen, dass du im Endeffekt genau diese Lücken findest, die du ja eigentlich brauchst, denn wenn du im Endeffekt in manchen Spielen, da habt ihr das ja schon richtig gesagt gehabt, wenn Kostic, du machst Kostic dicht oder stehst dir ein bisschen auf den Füßen, dann hat er vielleicht zwei, drei Situationen, wo er was reißen kann, weil einfach die individuelle Stärke da ist, aber das muss natürlich dann auch vorne eiskalt verwertet werden. Ich gehe aber gerne mit, also die Aufstellung gefällt mir so sehr gut und ich könnte tatsächlich mir vorstellen, dass wir auch damit erfolgreich arbeiten können, weil es eventuell mehr unserem Spielstil liegt. Jetzt musst du natürlich noch dazu sagen, was ich trotzdem auch dabei sehen will, ist wieder mehr Pressing. Ich will wieder ein anderes Anlaufen auch sehen. Ist natürlich in der Situation, wenn du so einen Dost vorne hast und vielleicht auch einen Silver, naja, ist natürlich vielleicht jetzt nicht aus der ersten Reihe dieses klassische Anlaufen, was wir aus Anderewitsch-Zeiten noch kennen. Auf der anderen Seite hast du ja gesehen, diese Körperlichkeit, die die Eintracht ja über weite Teile von vergangenen Saisons gezeigt hat, vermissen wir ja hier schon länger, wo wir gesagt haben, ist ein bisschen schade, ist allein schon für den Eindruck am Fernseher, dass es nicht aussieht, okay, die stehen da wie die Marionetten und bewegen sich ja kaum zum Ball hin. Haben die das mit dem 1,50 Meter Abstand ein bisschen zu genau genommen? Was machen die denn da eigentlich? Also es ist definitiv was, das möchte ich natürlich auch sehen. Das ist aber auch was, wo ich hoffe, dass auch diese Spieler, die wir jetzt hier aufstellen, den Willen im Kopf haben, dass sie sagen, okay, wunderbar, wir wissen alle, wenn es Pressing im Kollektiv nicht gemacht wird, sondern nur von Einzelspielern verpufft ist, das ist einfach nur anstrengend und nervig. Und da denke ich aber, dass wir hier Potenzial haben. Bei unseren Stürmern muss man vielleicht nochmal ein bisschen einmal nachpiksen, aber ansonsten ist das auf jeden Fall was, womit ich leben könnte. Also gefällt mir eigentlich. Ich bin bei euch, wir müssen damit leben, wir müssen damit zurechtkommen. Ich finde die neue Aufstellung, die neue alte Aufstellung mit so ein paar Auffrischungen durchaus akzeptabel. Wir müssen sehen, wie sie gegen die Bayern damit zu Rande kommen. Das Ding ist, wir reden natürlich jetzt vollkommen zu Recht auch so lange über diese Aufstellung, aber faktisch ist ja so, dass wir eher eine Mentalitätsänderung sehen wollen. Ich glaube, das ist ja fast das Wichtigere gerade. Ja klar, die Aufstellung ist so ein bisschen das Hilfsmittel dafür, einfach schneller Erfolgserlebnisse zu generieren, um quasi diese diese andere Mentalität da wieder auf den Platz zu kriegen. Eine gewisse Sicherheit wieder zurückzubringen. Es ist doch, man hat ja oft doch das Gefühl, dass sich der ein oder andere Spieler in dem System einfach etwas wohler fühlt, gerade mit dem Dreier- und Fünferkette. Vielleicht ist es nur sehr, sehr subjektiv. Trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass die Spieler eine gewisse, es ist vielleicht auch einfacher zu verteidigen, anders zu verteidigen. Wenn du es zu oft spielst, ist es sowieso, dann verpufft es in den nächsten Spielen so oder so. Auf der anderen Seite ist ja gerade das, was wir uns immer erhofft haben, wenn du in der Qualität her das super spielst und dann kannst du das auch weiter durchziehen. Dann musst du nicht diesen ständigen oder dieses Reagieren mit, jetzt wächst man wieder zur Fünferkette, Fünferkette, Viererkette, sondern wenn wir eine stabile Fünferkette oder Dreierkette, die zur Fünferkette wird, etc., wirklich hier etablieren und jetzt die letzten Spiele, dann glaube ich, nach vorne hin geht dann wahrscheinlich in der Tabelle sind wir uns ja eigentlich sowieso nichts mehr. Aber dann haben wir auch hoffentlich schnell genug die Punkte, um eben die Gegner, die hinten mit uns stehen, weit genug hier wegzulassen. Das ist glaube ich, dass da müssen wir eigentlich hin, dass wir jetzt nicht versuchen, hier den tollsten Fußball gegen die besten Mannschaften, da jetzt unbedingt mit Ach und Krach einen Punkt zu holen, weil wir jetzt alles wieder umgestellt haben und so weiter, sondern im Endeffekt genau das, was auch, ich weiß gar nicht, wer es von euch vorhin gesagt hat, dass wir in schon einen gewissen Rhythmus jetzt hier so als Testlauf gegen die Bayern, ein bisschen Testspielcharakter, dass du einfach siehst, okay, wir spielen uns jetzt hier schon mal ein, damit wir im Endeffekt dann gegen Gegner, gegen die das funktioniert, die vielleicht auch taktisch und in der individuellen Klasse nicht ganz so gut sind, einfach Punkte holen können. Und wenn wir am Ende, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir wirklich dann brauchen werden, aber jetzt im Endeffekt den nächsten Spielen schon ein paar Punkte einfahren, dann kann auch wieder vielleicht ein gewisser Wandel passieren, weil du einfach dann auf dem sicheren Boden, dann geht es wirklich um gar nichts mehr. Jetzt ist ja immer diese akute, genau, genau, diese akute Abstiegsangst, die hängt doch auch bei denen allen im Kopf drin. Da kann mir auch jeder Funktionär sagen, ach Quatsch, wir sind noch so weit weg, da passiert gar nichts mehr. Das ist Käse, das kann überhaupt nicht sein. Das ist total menschlich, dass die Leute einfach aufgeregt sind, solange du nicht diesen Puff hast. Und dieses Sicherheitssystem, ich glaube tatsächlich, dass wir hier mit so einem Taktikwechsel eine Möglichkeit haben, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Sicherheit einfach in die Mannschaft reinbekommen. Auch wenn es vielleicht nicht immer erfolgreich sein wird. Vielleicht einmal kurz die Aufstellung aus dem Hinspiel, wir erinnern uns ja, glaube ich, alle noch ganz gut an das Ergebnis. Damals lautet die Aufstellung Rönneau im Tor, Dreierkette mit Abraham hinter Egan-Dicker, davor ein gewisser Herr Fernandes, dann die vier im Mittelfeld, Da Costa, So, Rode, Kostic und ganz vorne hatten wir einen Doppelsturm mit Dost und Paciencia. Also sehr ähnlich zu dem, was wir uns gerade jetzt hier aufgemalt haben. Also wird das mal nix ist, oder? Also ich meine, wir probieren es, wir probieren es dann, wir gucken, wie es läuft, weil ich denke, wir müssen das durchdrücken, die Sache ist ja sowieso, das ist ja alles eine ganz merkwürdige Zeit tatsächlich. Ich meine, wir reden jetzt hier schon recht lange über so ein Ding, was aber dauerhaft uns, glaube ich, gar nicht oder nie so angesprochen hätte. Ich glaube, niemand von uns wäre Fan eines Sports geworden, der dauerhaft so klinisch abläuft, wie es gerade der fand. Also ich glaube, da könnten wir hier auch über Murmelspiele sprechen. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Also weil die finden auch ohne Zuschauer statt und dann passiert tatsächlich genauso viel, bis auf, dass halt noch ein paar mehr Leute beim Fußball rumlaufen. Hast du zufälligerweise mit dem Herrn Superheld gesprochen über seinen komischen Murmel-Podcast da? Ja. Ne, hab ich nicht, aber das passt ja dann natürlich auch. Aber das ist es halt. Also ich finde irgendwie, das ist eine ganz, ganz merkwürdige Situation und ich meine, dass wir jetzt halt irgendwie so viele Worte verlieren, das ist auch schon ein deutliches Zeichen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir uns gerade wieder relativ weit unten wehen und wenn wir jetzt irgendwie auf Tabellenplatz 10 wären und wirklich schon alles gelaufen wäre, nach oben wie nach unten, dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre es uns wahrscheinlich noch egaler und ich würde sogar behaupten, dass der eine oder andere gar nicht einschalten würde. Genauso wahrscheinlich, wie es relativ viele tun. Mit Sicherheit, klar. Wenn du weißt, dass nach oben nichts mehr geht, dass nach unten nichts mehr geht und es ist, wie du schon so richtig gesagt hast, es ist nicht der Sport, in den wir uns verliebt haben und es wird ja auch auf, ich würde jetzt mal deiner Einschätzung da folgen, eine gewisse doch längerfristige Zeit auch nicht werden, dann würde ich glaube ich auch, also zumindestens nicht intensiv in Einzelspiel verfolgen, vielleicht maximal einfach das dann nebenbei noch irgendwie laufen lassen, aber wirklich fokussiert, konzentriert da sitzen und im Fernsehen das Spiel gucken, ich weiß es nicht. Wir machen es ja tatsächlich nur, weil wir gerade Angst haben, dass was passiert und wir machen das ja nur, weil wir sagen, ja natürlich, wir gucken das nur, weil wir denken, okay, wir gucken die Eintracht so, aber wir würden die viel relaxter oder vielleicht überhaupt nur mit einem Auge verfolgen, wenn das jetzt irgendwie alles schon gelaufen wäre, aber es ist halt so, dass da noch ein bisschen was passieren kann. Ich keine Ahnung, meine persönliche Angst ist, gerade in dem Jahr, in dem wir nichts tun können, wo wir nicht hin können, wo wir überhaupt keine Einflussmöglichkeiten haben, dass die da noch absteigen. Das wäre es absolut maximal bitter. Das wäre krass. Ja, stimmt. Wobei man dann aber auch dazu sagen muss, sie sind dann nicht nur allein wegen der letzten neun Spieltage gestiegen, sondern auch ganz viel, weil sie es vorher, und da waren wir als Fans ja da, auch nicht so gut hingekriegt haben. Also das liegt jetzt auch nicht daran, dass wir in den letzten neun Spieltagen nicht eingreifen können. Das stimmt. Das ist trotzdem bitter und gerade das, was Marvin auch vorhin, glaube ich, schon mal gesagt hatte, gerade im Abstiegskampf geht es ja um Emotionen, um eventuell nochmal richtig alles emotional auch auf den Platz auszutragen. Und ich glaube schon, dass da Fans einen Riesenunterschied machen. Ich hoffe auch, dass wir damit gar nichts zu tun haben, dass das früh genug jetzt insbesondere durch die Mentalitätsänderung, die taktische Umstellung, auch den ein oder anderen Spielerwechsel einfach jetzt schnellstmöglich etabliert ist und wir wirklich einfach den Boogie machen können. Ja, dem würde ich folgen. Ich meine, das sind jetzt absolut, das sind jetzt Ligaspiele und die nerven schon krass. Ich will mir gar nicht erst ausmalen, was passiert, wenn du wirklich am Ende in so ein Relegationsspiel da dann gehen musst. Ich glaube, da kriege ich total die Krise. Aber da machen wir uns Gedanken, falls es so weit kommen sollte, was wir nicht hoffen wollen. Genau, also das, genau, wollen wir es nicht hoffen, hoffen wir, dass der Eintracht vorher die Kurve bekommt, um dann halt genau sowas abzuwenden und dann relaxed in eine Saisonvorbereitung steigen kann, die auch schwierig genug wird, aufgrund der offensichtlichen Änderungen, die im Kader vorgenommen werden müssen und gleichzeitig auch einer weiteren, zumindest Halbserie, die ebenfalls ohne Zuschauer stattfindet. Also ich glaube, da gehe ich jetzt einfach von aus, auch wenn es jetzt bei der Bild-Zeitung schon wieder Bestrebungen gibt, die am besten jetzt irgendwie darauf drängen, dass bald wieder Fans reingehen können. Das ist kompletter Bullshit und da müssen wir nicht wirklich die Kirche im Dorf lassen gerade. Das ist das allerletzte, was passieren wird. Da will ich mich jetzt nicht großartig zu äußern, weil dafür bin ich auch zu wenig Experte, um da irgendwie Aussagen zu treffen. Und mir geht sowieso dieses ganze Infragestellen von Leuten, die wesentlich mehr Ahnung haben, geht mir sowieso gewaltig auf den Zeiger. Ich muss auch einfach mal den Leuten, die dort Entscheidungen getroffen haben, die auch vielleicht ganz anderen Zugang zu Informationen haben, als wir an dieser Stelle, einfach auch vertrauen, dass die da auch sinnvolle und logische Entscheidungen getroffen haben, auch wenn es für mich in meinem Kosmos vielleicht anders aussieht und dieses ständig in Frage stellen und das muss so und das geht dieses, das geht mir halt einfach auch so gewaltig auf den Zeiger. Nehmt es halt einfach hin, haltet vier Wochen lang noch die Fresse und dann ist gut. Entschuldigung, ich bin gerade da ein bisschen genervt. Sehr gut. Dann lasst uns doch mal noch einen Ergebnistipp für das Bayern-Spiel hier abwerfen. Und Marvin, du stehst hier als Erster auf meinem Zettelchen. Boah, das ist echt schwierig, weil ich immer sage, dass ich nicht gegen die Eintracht tippe. Ja. Naja, komm, also ich muss ja einigermaßen den Versuch eines positiven Moments irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich sage mal ein 1-1-1-1. Ja. Weil ganz ehrlich, so geil waren die Bayern auch nicht. Also wie gesagt, ich habe mir das Spiel am Sonntag angeguckt und die haben einen Elfmeter bekommen. Die hatten auch so diesen Dosenöffner Elfmeter. In der 30. war es glaube ich oder irgendwas und danach lief es dann so ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also ihr seid der FC Bayern und ihr fahrt zu Union, die vielleicht schon auch kämpfen können, aber die auch viel von ihren Fans glaube ich mit profitieren und in der jetzigen Situation mit auch wesentlichen besseren Trainingsausstattung in dieser Corona-Pause und ihr kriegt dann nur ein 2-0 hin, dank einem geschenkten Elfmeter. Und die Bayern waren ja sehr, sehr früh dabei in Sachen Training. Das waren ja mit die Ersten, die zumindest Individualtraining wieder gemacht haben, die eigentlich schon wohl gedacht hast, oh wow, okay, jetzt läuft der Lachs, aber jetzt hauen die jetzt. Ich hatte echt gedacht, okay, die hauen die Unioner richtig weg. War nicht so. Union auch gut dagegen gehalten, aber da ist zumindest insofern was möglich, dass ich sage, wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir nicht abgewatscht. Und wenn das, wenn es ein positives Ding wird tatsächlich, dann können wir ja daraus wirklich noch was mitnehmen. Wir haben noch ein paar Punkte, die wir einfach brauchen. Momentan ist es halt so, dass die Eintracht, ich würde mal sagen, ja, acht bis zehn Punkte brauchen wir halt noch. Also ich glaube, ich würde fast sagen, mit 36 bist du dieses Jahr durch. Das wären halt jetzt noch acht Punkte, aber das sind halt noch acht Punkte. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, sind jetzt noch die acht Spieltage plus das eine Nachholspiel. Also realistisch müsste man dann eigentlich auch als Eintracht-Fan und als Frankfurter Fußballmannschaft sagen, acht Punkte aus noch diesen acht Spielen da irgendwie rauszuholen, das sollte schon ein machbares Ding sein. Du hast halt auch noch Gegner, die wirklich machbar sind. Wie wir schon gesagt haben, gegen die Bayern mussten nichts holen, aber jetzt auch zu meinem Tipp ganz kurz. Ich tippe auf ein 2-2 und wir holen den ersten Punkt jetzt auch in der Richtung. Ich hoffe ja, dass das nach vorne und nach hinten ein bisschen besser klappt als gegen Gladbach. Ja, wir kommen von einem 1-1, das Marvin getippt hat, zu einem 2-2, was Dennis getippt hat und ich habe hier ein 3-3 aufgeschrieben. Du bist aber... Ich halte mich einfach an diesem Strohhalm fest. Ich will, dass da viele Tore fallen, dass das ein geiles Spiel wird, dass wir einen 3-0-Rückstand wieder aufholen und am Ende uns jubeln vor Braco stellen, dass er seine Maske fressen muss vor lauter Wut. Das würde ich mir gerne wünschen. Na? Gehe ich mit. Ja, dann habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen. Der Vollständigkeit halber, es gab die Woche und auch, ich glaube, schon Ende letzter Woche so ein bisschen Diskussionen DFL-seitig, wie man denn mit dem Thema Saisonabbruch umgeht. Und das scheint jetzt die nächste schwierige Entscheidung zu sein, um die man sich zwangsläufig irgendwann kümmern muss und hat da leider keine Entscheidung finden können. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen ähnlich der Thematik, wie wir es ja jetzt in den unteren Ligen sehen und wie wir es ja auch schon in Frankreich sehen. Dadurch, dass wir ja keine vollständigen Spieltage haben, ist das alles irgendwie so ein bisschen schwierig und ja auch rechnerisch irgendwie noch Dinge drin sind. Ich glaube, auch gerade Bremen durch das Nachholspiel stellen sich da auch so ein bisschen quer. Also das scheint noch so ein bisschen ein ungeklärtes Ding zu sein. Wäre aber auch spannend, mal zu sehen, was tatsächlich dann die Regelungen für einen Saisonabbruch sind und wie sie das werten wollen. Aber auch da müssen wir, glaube ich, die Experten jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenken lassen. Was man, glaube ich, schon so sagen kann, ist, dass die Art und Weise, wie die Liga jetzt wieder reingestartet ist, schon sehr viel positive Aufmerksamkeit von anderen Ligen und auch von anderen Sportarten. mit sich gezogen hat. Ich habe gelesen, es gibt jetzt ja auch die Entscheidung, dass die Basketball-Bundesliga darf jetzt wieder anfangen zu spielen. Ja, das ist im Turniersystem fertig. Genau. Also auch die dürfen jetzt wieder anfangen zu spielen. So ein bisschen rutscht jetzt alles wieder so in diese Richtung. Ich glaube, Frankreich, Spanien und England haben sich jetzt auch so ein bisschen, orientieren sich jetzt auch an dem deutschen System und fangen jetzt auch mit Tests heute an. Also so langsam rollt das ganze Thema wieder an. Außer in Schottland, da haben sie es dicht gemacht. Okay. Ja, also das ist ein guter Überblick tatsächlich, finde ich spannend. Du hast, ich würde noch ganz gerne mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast bezüglich der deutschen Liga, die sich natürlich mit Abbruch-Szenarien irgendwie auch auseinandersetzt, was ich ganz wichtig finde, weil du weißt ja nie genau, wenn jetzt mehrere Fälle zustande kommen und wo du, wie reagierst du dann? Und im Amateurbereich ist ja jetzt schon großartig die Sache, dass in einigen unteren Ligen, zum Beispiel in Hessen, wird halt sich der Quotient bemüht. Also wer so und so viele Spiele gemacht hat, also wird halt einfach gerechnet, Spiele, Punkteausbeute, durchschnittliche Punkteausbeute. War da nicht auch irgendwie dieses lustige Ding, dass in dieser, was war das, Kreis-Oberliga oder irgendwas der Erste jetzt irgendwie auf den dritten Platz runterrutscht, weil er zwei Spiele mehr hat als der Rest und damit irgendwie einen anderen Punktequotienten hat? Genau richtig. Das hast du nicht sogar, das hast du ja sogar nicht nur bei einer, ne, das hast du ja tatsächlich sogar bei mehreren Ligen. Okay, ich hatte es nur von einer gelesen. Ja. Also, ähm, das ist natürlich, das ist natürlich so eine schwierige Sache, ja, aber irgendwie musst du halt sehen, wie du zurückkommst und es kann ja auch die oberen Ligen treffen, tatsächlich, wie gesagt, wenn bei der Bundesliga mehr Fälle bekannt werden oder, ähm, wir wissen ja auch nicht, wie sieht es aus mit der dritten Liga, da soll jetzt der Start stattfinden am, lass mich überlegen, war das Letzte, was ich gelesen habe. Ich glaube, ne, ist mittlerweile Mitte Juni jetzt, weißt du? Ah, okay. Ja, und das ist halt jetzt so ein, das ist halt jetzt so ein Ding, ähm, ich bin nicht so sicher, ob, äh, Anfang, Anfang Juni, glaube ich, ob das halt stattfindet, da gibt es ja immer noch so ein paar unterschiedliche Meinungen, aber auch da, ne, wie gesagt, wenn es anfängt, okay, ah, ne, du hast recht, 30. Mai soll jetzt 30. Mai, meine ich, ja. Das war das Letzte, was ich gelesen hatte, ja, ja, sorry, ich hatte irgendwas in Juni gelesen, aber das war, du hast vollkommen recht, sorry, mein Lieber, also 30. Mai, okay, aber auch dann musst du hier richtig durchrennen, weil die ja noch sauviele Spiele haben, ne, da sind ja dann, ich glaube, momentan, die sind ja, warte mal, die sind 20 Teams. Die 27. Spieltage haben sie fertig, glaube ich, und 38 Spieltage haben sie. 11 Spieltage in, wenn du auch da deine, dein 30.6. als Stichtag anlegst, wobei sie ja jetzt, glaube ich, auch schon entschieden haben, dass zumindestens der, dass auch locker noch in den Juni verlängert werden kann, das ist wohl das, was rechtlich mit den ganzen Arbeitsverträgen und so noch irgendwie möglich ist, aber auch dann hast du elf Spieltage in acht Wochen, da hast du halt auch volles Programm. Dann hast du volles Programm und du musst dir auch überlegen, wie finanzierst du das, ne, das ist echt, also wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon mal irgendwie ganz kurz darüber was gesagt, weil ich finde natürlich, das Finanzierungsmodell ist halt ein ganz anderes, ja, und dann gehst du halt noch weiter, also wie gesagt, auch die vierte Liga wird bestimmt auch noch mal uns Fragen stellen, wie das dann ist, also ich bin gespannt, wie das da weitergeht, aber du musst, also so ein Koeffizienten musst du vielleicht auch sowieso einfach installieren, um dann zu sehen, wie es dann am Ende laufen würde. Ich sage mal so, auch selbst mit dem aktuellen Koeffizienten würde wer da absteigen. Ja, da kommt es halt dann auch, ich meine, die Thematik hatten wir ja, oder die Thematik hatten wir ja auch in Frankreich auch schon, wo es ja auch quasi bei den oberen Plätzen nichts ausgemacht hat, aber tatsächlich dann bei der Frage, wer steigt, ab, war halt eben schon der, der eine Spieltag, den du da irgendwie mit reinrechnest, hat halt dann schon irgendwie entschieden, ob die Mannschaft dann absteigt oder nicht. Also das ist halt auch dann so ein Rechenbeispiel. Klar kannst du dann sagen, es macht keinen großen Unterschied, aber als Fan würdest du dich halt dann auch irgendwie verarscht fühlen, wenn dann der Verein nicht alle Register zieht und da werden einige dann den Weg vor einem Sportgericht oder irgendwas suchen und versuchen das irgendwie da zu klären. Also das wird dann noch richtig eklig. Und deswegen musst du es vorher erklären. Ja. Das ist nämlich genau der Problem. Da werden sie sich aktuell nicht einigen. Ja, und genau, das ist halt das Problem. Das ist nämlich genau das Ding, gut, dass du es ansprichst, weil wenn sie sich nicht einigen, wird es hundertprozentig dazu kommen und ich kann mir vorstellen, und das ist auch das gute Recht der Vereine, beispielsweise auch von Werder, dass die halt sagen, wir sammeln jetzt jede Inkorrektheit auf dem Weg zum Abstieg. Ja, dass die kurz, dass wir eine kurze Vorbereitungszeit hatten, da ist ja auch ein Tag mehr, dann um das Leverkusen-Spiel zu bestreiten, nicht genug und so weiter und so fort. Hier in Benachteiligung. Die werden alles auflisten und das ist jetzt, das ist wirklich kein Bashing. Das ist, es geht nur darum, dass die müssen natürlich auch einen Fall kreieren, mit dem sie dann irgendwie vor ein Sportgericht gehen können und sagen, okay, der Abstieg war nicht rechtens. Und das ist natürlich tatsächlich auch eine relevante Frage und wir würden in der gleichen Situation Ähnliches tun, weil wir natürlich auf das verbindende Element der Fans hoffen würden, wenn es darum geht, dass wir potenziell dem Abstieg geweiht sind und das, darauf können die nicht bauen. Das ist eine richtig beschissene Situation und mir tut es ehrlich gesagt für alle potenziell absteigenden Mannschaften, ich will nicht sagen, es tut mir leid, aber es ist echt ein krasses Fund, weil du wirklich noch mal was verlierst. Ja, also du bist dann halt auch noch mal doppelt so machtlos, weil du ja dann nicht mal irgendwie sagen kannst, es lag halt einfach an deiner sportlichen Leistung, sondern du bist ja dann wirklich komplett dieser Berechnungslogik von außen hin ausgesetzt, ohne dass du es halt am Ende dann noch sportlich irgendwie retten kannst. Ich meine, klar, du hast es davor sportlich auch verkackt, aber du hättest ja jetzt sportlich zumindest mal noch eine Minimalschance und die wird dir halt dann auch irgendwie genommen. Das ist halt dann schon, glaube ich, einfach schwierig zu akzeptieren an der Stelle. Nachvollziehbar, ja. Also es wird noch spannend. Was sie ja auch entschieden haben, ist ja diese Thematik, dass jetzt tatsächlich dann auch Heimspiele an anderen Orten, in anderen Stadien ausgetragen wird. Da haben wir beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber diskutiert oder spekuliert, in welche Richtung das gehen wird, weil da ja auch diese Entscheidung ist mit diesen 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Wenn das irgendwie überschritten wird, dann gibt es da ja auch lokale stärkere Restriktionen, den will man jetzt so ein Stück weit damit, so habe ich das zumindest verstanden, aus dem Weg gehen, dass man dann sagt, okay, dann spielt halt die Eintracht nicht in Frankfurt zu Hause, sondern in Mainz oder in Nürnberg oder was auch immer. Weil wenn ich mir das gerade so überlege, ich will, glaube ich, weder in Nürnberg noch in Mainz ein Heimspiel austragen. Aber ja, auch da ist das ist auch wieder so eine Unwägbarkeit, die du halt jetzt irgendwie regeln musst im Vorfeld, ohne zu wissen, ob du es nachher wirklich auch brauchst. Aber auch da musst du, glaube ich, jetzt diesen längeren Blick drauf haben, weil du es ja im schlimmsten Falle oder auch das, wovon wir ja jetzt auch aktuell ausgehen, nicht nur für diese Saison klären musst, sondern auch für mindestens mal die Hälfte der nächsten Saison. Da wirst du dieses Thema ja unter Umständen auch wieder haben. Das ist schon ein interessanter Punkt, weil ich finde es eigentlich schon, auch wenn, ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich so cool ist, in Anführungszeichen, dass du dann in einem fremden Stadion doch dein Heimspiel austrägst, ob es nicht doch ein Nachteil ist, weil man ja schon sagen muss, die Spiele sind die Umgebung vielleicht gewöhnt, es sind vielleicht Rituale, die da greifen, die einfach beim Heimspiel ja sogar Möglichkeiten geben, auch dich selbst nochmal zu pushen. Das ist natürlich immer schwierig und natürlich sagen die, ob du nun ohne Zuschauer da oder ohne Zuschauer da, ich finde es schon trotzdem einen interessanten Punkt, dass das so jetzt durchgegangen ist. Musstest du wahrscheinlich machen, dann überhaupt jetzt hier das Konzept nicht ins Wackeln zu bringen. Trotzdem für mich eigentlich schon ein krasser Eingriff, weil es halt schon auch nochmal... Ich habe irgendwie das gerade nicht richtig verstanden. Also was wurde jetzt geregelt? Dass du Heimspiele, also jetzt mal angenommen, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, Heimspiel gegen, was ist denn das Nächste? Freiburg. Ja gut, wäre dann Freiburg am Dienstag, ne? Genau. Dürfte in Frankfurt nicht ausgetragen werden, weil diese Regelung mit, wenn du mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hast. So, dann würde man dann halt einfach sagen, okay, das Heimspiel wird nicht im Waldstadion ausgetragen, sondern im nächstgelegenen Bundesliga-Stadion. Das haben sie jetzt irgendwie regularisch festgelegt und das wäre dann irgendwie meins. Okay, sorry, ich habe das irgendwie nicht ganz gerafft. Das ist halt schon dann irgendwie... Den Anfang nicht mitbekommen, ja. Auch wenn man sagen könnte, leeres Stadion A ist das gleiche wie leeres Stadion B. Du hast ja trotzdem so deinen Ablauf, an dem du bei Heimspielen irgendwie bist. Du hast dein Teamhotel, wo du irgendwie bist. Du hast deine Wege im Stadion, die du irgendwie kennst. Du hast deine gewohnte Umgebung. Du hast irgendwie Catering gedöhnt, was du halt, auch wenn das ja jetzt auch anders ist, aber du hast ja trotzdem so ein bisschen die gewohnte Umgebung. Und ich finde schon, dass das auch mit dem Spieler was macht, wenn dieser Ablauf anders ist. Bin ich voll bei euch. Tut mir leid, bin ich absolut bei euch. Ich finde das auch echt nicht ohne und finde das irgendwie auch natürlich quatschig, ne? Weil die leben ja sowieso in der Zeit dann in ihrer Welt und wenn nur durch äußere Einflüsse halt diese Regelung überschritten wird und die gehen ja eh in das komplett abgesonderte Stadion, die gehen ja nicht, die fahren ja nicht in, die fahren ja nicht in die Hauptwache rein und gehen dann irgendwo ein Stadion, sondern das ist ja okay, ich verstehe, warum es geregelt ist. Ja, okay, aber das ist echt schon, es treibt schon merkwürdige Blüten, ne? Dieses Konstrukt, dass du das alles im Endeffekt nur machst, damit du irgendwie dieses durchfinanzierten Sport durchtreiben kannst. Ja. Das stimmt, ja. Das wird halt wirklich in diesem Thema gerade wieder sehr, sehr bewusst, es geht halt einzig und allein darum, dieses Ding halbwegs sportlich, also ich würde es jetzt nicht mal oder vielleicht auch sportlich in Anführungszeichen setzen, irgendwie zu Ende zu bringen. Über die Zeit zu retten. Ja, ja, ja. Um halt am Ende die Kohle einzustecken. Das ist es, ja. Ja, das ist nicht mein alles. Also man könnte ja jetzt auch fairerweise sagen, Leute, unser Sinn und Zweck dieser Bundesliga oder dieser, dieses, dieses Verbandskonstrukt, das ist, einen sportlichen Wettbewerb auszutragen. Der sportliche Wettbewerb ist nicht möglich. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Teilnahme. Wir machen im nächsten Jahr nochmal neu. Aber auch da kommt ja dann wieder der Punkt, wir wissen nicht, wann nächstes Jahr in dem Falle dann ist. Also ist das dann wirklich 1.9.2020? Ist das 1.9.2021? Oder ist das irgendwas dazwischen oder sogar noch später? Es ist halt echt schwierig, aber es fühlt sich so in Summe irgendwie, auch wenn man versteht, warum sie das regeln müssen, nicht so richtig gut an. Ich bin auch, wie gesagt, bin auch hin und hergerissen. Dennis? Ja, es sind, es sind schon viele, ich nenne es jetzt mal schon krasse Eingriffe, die du jetzt einfach bereit bist, anscheinend da einzugehen und zu sagen, okay, Hauptsache es geht weiter. Das finde ich ist, das macht es nochmal nochmal wirklich klar, dass da schon Situation wäre, wo sonst jeder toben würde, im Normalfall. In der normalen Situation, was, nicht im eigenen Stadion, habt ihr es noch alle? Auch die Argumentation von Marvin, dass das nicht viel deutlicher und klarer dann ist sowas von wegen, ja seid ihr denn bescheuert, wir sind doch eh hier abgekapselt und haben überhaupt nichts mit dem Rest zu tun, was macht ihr hier für ein Scheiß? Aber da ist, da merkst du, dass alle Angst haben, dass dieses sehr, sehr, sehr instabile Konstrukt irgendwie ins Wackeln kommen könnte, dass Sachen, glaube ich, jetzt schon auch besprochen und festgelegt werden müssen, die natürlich einfach nur den Hintergrund haben, ihr habt es richtig gesagt, dieses sehr wackelige Konstrukt überhaupt über die Ziellinie zu retten und irgendwie hinzubekommen, dass alle Gelder gezahlt wurden, dass alles funktioniert hat und dass irgendwie die Runde rum ist und keiner am Ende sagen kann, was habt ihr da gemacht, ihr seid vertragbrüchig gewesen, ihr bleibt jetzt auf der Kohle sitzen oder sonst irgendwas und das ist schon eine krasse Situation, weil ich glaube, dass das an einigen Stellen einfach zu massiven Einschränkungen führen kann, die wir jetzt vielleicht gar nicht so offen sehen, die aber dann natürlich auch eine sportliche Auswirkung haben. Deshalb, wie gesagt, es ist schon, es ist interessant und wir wissen ja alle, wie es läuft mittlerweile, es ist trotzdem sehr schade, dass unser schöner Sport jetzt sich doch so, ja immer mehr den Schein offenbart oder den Vorhang hebt und zeigt, hier Leute, eigentlich wir spielen hier wirklich, weil es Fußball gibt und nicht, weil wir Lust haben, Fußball zu spielen, weil es Geld gibt, sondern es hat nichts mehr mit dem klassischen, ja ich sag mal, Liebhaber des Fußballs zu tun. Da muss man auf der anderen Seite so ein Stück weit ihnen schon zugutehalten, dass sie da, finde ich, nicht wirklich in Hehl drum gemacht haben, sondern sie haben immer sehr klar auch gesagt, das zu Ende Spielen der Liga geht da drum, um die Vereine finanziell abzusichern. Ja, bin ich bei euch? Stimmt, stimmt, natürlich, ganz klar und das ist ja auch, du hast vollkommen recht, das haben sie transparent gemacht. Es ist nur so, ich tue mir natürlich mit der ganzen Situation auch schwer, das haben wir auch alles schon illustriert, ich tue mir aber insofern halt einfach damit schwer, dass wir ja wissen, dass das die neue zeitweise Realität sein wird, weil, wenn wir das weiterlaufen lassen wollen, kann man natürlich auch darüber sprechen. Wenn wir jetzt keine finanziellen Zwänge hätten, würden wir dann trotzdem wollen, stell dir mal vor, es würde für die Vereine keine finanziellen Zwänge geben, die hätten gut vorgesorgt und könnten die Spieler weiterfinanzieren. Stell dir mal vor, ne, beispielsweise, die hätten, jeder hätte ein Budget von zwei Jahren, was alles buggy gut läuft, ne, und wir kommen jetzt aus dieser Krise, dann hätten wir wahrscheinlich erstmal die Saison erstmal beendet. Ne, da gehe ich mal von aus, dass wir zumindest die aktuelle Saison beendet hätten. Wie wäre es denn, wenn es dann darum geht, okay, langsam beruhigt sich die Situation, wie es ja aktuell der Fall ist, wir haben weniger Fälle pro Tag, in Deutschland läuft es überdurchschnittlich gut, wenn wir uns den Corona-Vergleich ansonsten angucken. Würdet ihr dann trotzdem irgendwann euch wiederfinden, in dem Gedanken, okay, vielleicht sollte man den Sport ja doch wieder starten, damit wir was zu gucken haben? Oder wärt ihr dafür zu sagen, nee, solange das so bleibt und dieser Sport nicht so wiederhergestellt werden kann, wie wir ihn davor gekannt haben, lassen wir es sein? Okay, krasse Frage. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir alle jetzt irgendwie schon Lust hatten, auch mal wieder Fußball, dass du dich dann wieder mit deinen Kumpels unterhalten kannst und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, irgendwann ist halt auch die Grenze erreicht, was ich jetzt mir angucken will und kann und auch möchte und vielleicht sage ich in drei Spieltagen, es wäre besser gewesen, hätte mir das alles nicht wieder angefühlt, weil ich kann es mir wirklich kaum angucken, es interessiert mich nicht, es langweilt mich. Im Moment ist einfach der Punkt noch da, dass ich sage, ich freue mich drauf, am Wochenende dann Dings und ich hoffe, dass wir nächste Woche Dienstag und vielleicht vorher schon im Chat oder mal anrufen oder wie auch immer uns drüber unterhalten über das Spiel und sagen, boah geil, gegen die Bayern haben wir was gerissen und nicht diese Thematik Corona und keine Fans und so weiter, sondern wirklich das, wir haben tatsächlich hier hinbekommen, dass die Eintracht mal gegen die Bayern noch mal einen Punkt geholt hat oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass diese Emotionalisierung trotzdem auch in diesem Konstrukt stattfindet. Um auf deine Frage eigentlich da hinzukommen oder zurückzukommen, mit dieser finanziellen Lage hast du dich natürlich hinbewegt, dass du es weitermachen musst. Auf der anderen Seite bin ich schon auch irgendwo froh, dass du im Endeffekt wieder ein gewisses Ziel und gewissen Rhythmus drin hast, in dem einfach auch ein wichtiger Teil unseres Lebens und das ist nun mal der Fußball jetzt wieder eine Rolle hat, inwieweit der das ausfüllt und so weiter ist immer ja und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, nach einem Spieltag, der jetzt wirklich auch für die Eintracht so miserabel gelaufen ist, wirklich super schwer zu bewerten. Aber ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das vielleicht schon anders, vielleicht könnt ihr dann... Nee, ich bleib jetzt bei ihr, jetzt musst du jetzt musst du wirklich antworten. Tut mir leid. Du musst antworten, würdest du, wenn es keine finanziellen Zwänge gäbe und wir uns nach drei Monaten, wir jetzt haben aktuell über zwei Monate Corona-Zeit und so fort, stellen wir vor, nach drei Monaten langsame Entspannung, ähnlich wie es ja jetzt gerade der Fall ist, würde trotzdem, auch wenn es keine finanziellen Erwägungen gibt, für dich sagen, oh, jetzt könnten wir langsam den Sport wieder starten, zumindest ohne Fans, damit wir irgendwie, damit die vielleicht ihre Sache wieder machen können, weil die vielleicht auch wollen und weil wir da ein bisschen Spaß haben. Oder würdest du das dann eher nicht vorzugen? Also ich bin tatsächlich da egoistisch an der Stelle. Ich würde sagen, ja, ich würde mir das angucken wollen, auch wenn wir die finanziellen Zwänge nicht hätten. Ich muss nur sagen, das ist wie gesagt jetzt natürlich die Interpretation eigentlich auf das, ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt und noch ein bisschen das mehr mich fesselt in den nächsten Wochen. Aber ja, ich würde sagen, auch dann hätte ich es gerne gesehen, dass es wieder anfängt, wie es jetzt eigentlich angefangen hat. Vollkommen legitim, alles klar. René, wie sieht es bei dir aus? Also ich glaube, es ist für mich oder für meine Entscheidung wäre es unerheblich, ob es jetzt um finanzielle Zwänge geht oder ob man die finanzielle Zwänge nicht hat. Wenn es läuft, würde ich es einschalten. Allein, weil ich auch jetzt in der Diskussion wieder merke, ich habe schon wieder richtig Bock, am Samstag die Eintracht zu sehen, einfach weil ich diesen Sport und diese Mannschaft sehr mag. Ich mache mir tatsächlich auch jetzt schon da andere Gedanken und die wären wahrscheinlich noch viel stärker, wenn diese finanziellen Zwänge nicht da wären, die uns jetzt im Vergleich zu anderen Führereinen glaube ich auch gar nicht so hart treffen. Nämlich die mache ich mir Gedanken über die Folgeerscheinung, weil ich finde es ist als Fußballfan ein Stück weit sehr ungesund, diesen Sport jetzt zu betrachten, weil wenn man sich diese Einschaltquoten von Sky und so weiter anguckt und ich hoffe sehr stark, dass die tatsächlich runtergehen werden, man ja so ein bisschen vermittelt, das Ganze funktioniert so mindestens genauso gut wie vorher und wir sind ja sowieso, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, in so einem überfinanzierten Ding, der sich ja sowieso schon immer stärker auf den Fernseherzuschauer ausrichtet und da sind ja Leute, die entscheiden ja nicht nach, tun wir was für den Fans, sondern tun wir was für unsere Brieftaschen und wenn die sehen, das funktioniert halt auch so, dass die vielleicht dann auch irgendwann auf die schlaue Idee kommen sich überlegen, zu überlegen, brauchen wir dieses ganze Thema denn überhaupt noch, müssen wir viel Geld in große Stadionausbauten stecken und brauchen wir nicht einfach nur irgendwie Platz für die 300 Mann, die hier irgendwie Fernsehübertragungen machen und dann ist der Sport halt richtig am Arsch. Sehr guter Punkt, finde ich richtig klasse den Einwand, darüber muss man tatsächlich nämlich auch sprechen, ich finde nämlich, dass das natürlich, also für den Sport, den ich mir angucken würde, wäre das der Tod, also ich mache das jetzt eine gewisse Zeit lang mit, aber nur in der Hoffnung, in der blinden Hoffnung, aber ja, naja, vielleicht so blind ist er hoffentlich nicht, dass das irgendwann bald wieder, wann auch immer, einem Jahr oder so spätestens oder im Dreivierteljahr, je nachdem wann halt Impfstoff und so weiter und so fort, dass es dann wieder zur Normalität zurückkehrt und dass wir dann wieder das Fußballerlebnis haben, so wie wir es lieben tatsächlich und wenn das aber nicht der Fall ist, dann würde ich wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, schon irgendwie die Lust daran verlieren, würde ich ganz ehrlich so sehen und ich glaube auch und das ist trotzdem gut, dass du es angesprochen hast, Sky profitiert momentan natürlich von der Alternativlosigkeit eines Live-Konzepts von anderen Plattformen oder von anderen Events, es gibt wenig Events, lustigerweise war gerade letzten Samstag relativ viel, weil der Eurovision Song Contest in abgewandelter Form stattgefunden hat, dann der Free ESC von Stefan Raab auch stattgefunden hat, also eigentlich gab es dann zumindest abends ein krasses Gegenprogramm, aber in der Regel ist momentan recht wenig. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sich nicht ganz so viele Leute das auf Dauer angucken, weil dafür ist das Produkt gerade in seiner wenig veränderten Form, wir haben über leichte Veränderungen gesprochen, aber auch einfach für mich tatsächlich, also bei Sky Group würde ich mir relativ wenig Spiele nur angucken, solange ich nicht irgendwie auf diese eh schon beschissene Fake-Atmosphäre umschalten kann, weil dann ist es, das ist also das ist die Hölle, das ist, ich gucke mir auch keine, ich gucke mir auch keine Freundschaftsspiele mehr an auf einem Trainingsplatz, das habe ich auch schon aufgegeben vor fünf Jahren, dann werde ich das auch jetzt nicht mehr machen. Ja, klar, aber die Frage ist halt, wie viele gibt es halt von der Sorte, die halt sagen, mir fehlt da Atmosphäre und ich gucke es nicht oder die halt vielleicht wirklich das einfach als, ja, nebenbei Atmosphäre laufen lassen und denen das vielleicht gar nicht auffällt, ob da jetzt irgendwie Fans im Hintergrund sind. Sehr geiler Punkt, vielleicht sind wir auch einfach fucking in der Minderheit, vielleicht sind wir diejenigen, die hier komplett gegen die Wirklichkeit anreden und eigentlich sind wir diejenigen, die paar Freaks, die Fußball noch irgendwie im Stadion konsumieren und immer ins Stadion gehen und das viel geiler finden, vielleicht ist die absolute Mehrheit von diesen Weißbier trinkenden Schorschs und Harrys, die eigentlich nur nebenbei einschalten, eh den Ton aushaben und sich trotzdem über jedes Tor freuen und ärgern und dann ist es auch scheißegal, ob da ein paar Hyopais rumlaufen und Stimmung machen, weil das bekommen die eh nicht mit, weil die Irmgard gerade die Würstchen umgedreht hat. Kann sein. Oder die vielleicht auch wirklich einfach mit dieser Pseudo-Stadion-Atmosphäre vom Band viel besser zurechtkommen, weil du dir ja vielleicht auch als Fernsehsender wesentlich weniger Gedanken machen musst, weil du ja nicht das Problem hast, dass irgendwelche Banner hochgehalten werden oder irgendwelche scheiß DFB-Fangesänge da kommen, weil du kannst ja vorher dir auswählen, was da vom Band irgendwie kommt. Ja, also ich sehe halt schon so ein bisschen eine Problematik, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr Aluhut und Verschwörungstheorie, aber naja, nee, man muss nicht alles in die gleiche Richtung streben. Also ich finde, das ist durchaus eine legitime Option, mal darüber nachzudenken. Pop, mach dir keine Sorgen. Aber es reißt natürlich riesige, riesige Diskussionen auf eigentlich an der Stelle, weil natürlich das problematische Themen sind, die gerade auch vor Corona und so weiter ja stark diskutiert wurden. Wenn du das natürlich mit dem Hintergrund und sagen kannst, wir haben jetzt eigentlich hier ein Mittel, um genau unsere Bedürfnisse durchzusetzen, die wir eigentlich haben, nämlich alles durchkontrolliert, genau zu schauen, was wird da überhaupt übertragen, wer hat da irgendwie ein Mitsprachrecht und so weiter, finde ich das super kritisch und super problematisch und es ist ja nicht nur das, du hast ja auch diese ganze Kostenthematik, ja, Stadionausbau, Infrastruktur, aber auch so diese ganze Thematik hier, Polizeieinsätze, wer zahlt denn für diese ewig langen Diskussionen, wer zahlt denn für übergroße, unnötige Polizeieinsätzen bei Risikospielen, die hast du doch alle dann nicht mehr, wenn kein Fan da hingeht, sondern wenn du sagst, wir machen ein Fernsehprodukt, da sind halt keine, die randalieren, wir brauchen keine Hundertschaften, die Polizei muss sich nicht irgendwie Gedanken machen, wie sie jetzt irgendwie hier noch neue Leute einstellen oder nicht, ist doch alles irgendwie super, da freuen sich doch alle drüber. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu kurz gedacht ist, also das glaube ich tatsächlich auch für die Umgebung, es ist ja, wir reden ja auch immer davon, wir haben ja nicht nur das Stadion, das dann dingst, sondern es sind ja noch Kneipen um Stadion herum und so weiter und so fort, aber du hast ja da ganz große Ketten, die ja jetzt alle im Endeffekt gerade am struggeln sind, weil genau das fehlt, nämlich die Fans, die zum Stadion kommen und da im Endeffekt Umsatz generieren etc. Natürlich gibt es auch immer wieder Problemfans und du brauchst mit Polizei, wissen wir ja, dass da auch immer die Diskussion ist, wer soll dafür am Ende bezahlen. Auf der anderen Seite ist natürlich hier auch die Thematik, muss man auch trennen, ich sage jetzt mal Fußballübertragungssender beispielsweise wie Sky oder irgendwelche andere Rechte in Habe und dann der Verein selbst, der eventuell ja auch Lust drauf hat, dass die Fans ins Stadion kommen, die Eintracht beispielsweise ist doch was, der kann ich mir nicht vorstellen, weil die einfach merken, wir spielen viel besser mit unseren Fans, es macht viel mehr Spaß, es ist irgendwie eine Atmosphäre da, es gibt natürlich sicherlich auch Vereine, die sagen, umso schneller ich die Fans rausschmeißen kann, umso lieber ist es mir. Aber ich glaube, da sind wir gerade in Frankfurt ja noch, haben wir ja noch Glück dementsprechend, da wird es nicht ganz so eng sehen, ich glaube aber tatsächlich, dass so gerade Fernsehübertragungen vielleicht auch da ein bisschen problematisch zu sehen sind, weil genau die ja eigentlich dann schon so, die wollen einfach ihr Produkt irgendwie weich spülen eigentlich, wir reden doch immer drüber, was ist dieses Buschis Viererkette, Fünferkette, was für sich für einen Scheiß da, was da abläuft, auf Sky, das Nebenprogramm, das ist ja nicht anzugucken, wenn du dich normalerweise als Fußballfan dafür interessierst und trotzdem wird es millionenfach geschaut und das ist tatsächlich ein Problem, deshalb hoffe ich tatsächlich auch, dass auch diese Fans erkennen, die vorm Fernseher sitzen, das ist ein anderes Produkt und es gefällt mir nicht, im Moment ist es halt alternativlos, deshalb kann ich mir sogar vorstellen, dass mehr Abos im Ausland sogar abgeschlossen werden, weil einfach alle sagen, ich will jetzt deutsche Bundesliga gucken, damit ich überhaupt irgendeinen Fußball mit mir anschauen kann, also es ist schon schwierig, aber ich glaube, wir sind hier in einer besonderen Situation und ich hoffe auch, dass sich das alles wieder bereinigt und Marvin, ich drücke auch die Daumen dafür, dass wir wieder in eine Welt kommen, die uns allen als wahren Fans noch Spaß macht und nicht dieses Fußballprodukt, was wir da momentan konsumieren müssen. Da der Theorie mit von wegen, dass im Ausland mehr Verträge abgeschlossen werden, um Bundesliga zu gucken, funktioniert, aber nicht, weil die Übertragungsrechte nur innerhalb von Deutschland sind, du kannst es aus dem Ausland nur gucken, wenn du in der Lage bist, dir ein VPN zu installieren und da wissen wir halt auch, wie viel Prozent der Leute tatsächlich dazu in der Lage sind. Aber du kannst doch im Ausland über ein anderes Rechte-Paket einfach, oder? Das ist ja deutsche Rechte, wenn hier für Sky und so weiter verteilt, aber du hast doch, was weiß ich, ISPN überträgt doch garantiert irgendwo im Ausland und so weiter, das meinte ich jetzt eher damit, also die Meines Wissens nach beträgt Sky nicht im Ausland. Österreich noch, aber gut, ja. Also ich habe einen Kumpel, der sitzt in der Schweiz, er musste sich ein VPN installieren, damit er Bundesliga gucken konnte, weil ansonsten das Ding immer gesagt hat, sie befinden sich nicht in Deutschland, gehen sie wieder weg. Okay. Also ist auch nicht so einfach, aber ja, schauen wir mal. Ich finde, da sind noch eine ganze Menge spannende Dinge drin, um die wir uns zu gegebener Zeit, glaube ich, so ein bisschen Gedanken machen sollten. Ja, auf jeden Fall. Aber für heute gucken wir jetzt erstmal so ein bisschen nach vorne, was dann da mit den Bayern passiert. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, ja. Genau, wenn wir schon bei Bayern sind, der Protagonist unseres nächsten Jingles, der kommt da auch aus dieser Ecke. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir wollen reden über den Dummschwätzer der Woche und ich mache jetzt hier mal, während wir hier gerade reden, live die Umfrage der letzten Woche zu, wo sich deutlich weniger von euch daran beteiligt haben. Also dafür, dass euer Feedback da so groß war, hätte ja auch hier ruhig mal ein bisschen mehr abstimmen können. Wir haben ja immerhin so wunderbare Kandidaten euch hier letzte Woche präsentiert. Ich wiederhole nochmal, wir hatten ja letzte Woche nur drei Stück und von daher gehen wir jetzt das Treppchen von hinten, von Platz drei angefangen zu Platz eins durch. Auf Platz drei, die Nominierung von Taunus Abel und zwar Julian Nagelsmann, wir erinnern uns noch, den großen Freund unserer Sendung, der auch hier lange unterwegs war. Große Philosoph natürlich, ja. Ne, der große Philosoph kommt auf Platz Nummer zwei. Das ist nämlich unser Freund Franz-Josef Wagner für seinen wunderbaren Text, den er da letzte Woche verfasst hat. Nur auf die zwei. Nur auf die zwei, wo der Papi dann auch aufhört, die Mama zu schubsen. Und mit 53,8 Prozent der neue J-Man bei der Hertha, Jens Lehmann. Ah, sehr gut. Naja, gut, der hat es auch verdient. Der hat es ernsthafterweise verdient. Aber René, weißt du, was wir machen? Wenn es so wenig Beteiligung nach dem letzten Mal gab, setzen wir den diese Woche mal aus und suchen uns neue Kandidaten für die nächste Woche, oder? Hervorragend. Der Jan hatte mir ganz kurzfristig noch eine Nominierung geschickt. Ich finde, die funktioniert aber auch in der Woche noch. Die lasse ich jetzt hier einfach stehen. Das heißt, Jan, du bist auf jeden Fall schon mal im Kandidatenpool. Du musst das nicht noch mal neu schicken. Und wir gehen noch mal intensiv auf Recherchereise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der ein oder andere Kandidat in den nächsten Tagen noch hier irgendwie auftaucht. Auf jeden Fall. Dann schießen wir wieder scharf. Dann schießen wir wieder scharf. Ich bin mir ziemlich sicher, Eintracht gegen Bayern, ich habe da so einen gewissen Lothar Matthäus in Verdacht, der könnte da mit der ein oder anderen scharfen Aussage sich in den Kandidatenpool rücken. Aber schauen wir mal. Dann würde ich sagen, setzen wir das aus. Und weil wir jetzt sowieso schon so ewig lange hier über die ganzen Sachen gesprochen haben, würde ich sagen, ziehen wir es auch in Gänze nicht weiter in die Länge. Vielleicht mögt ihr uns ein bisschen Feedback geben, wie ihr denn jetzt dann nach dem kommenden Wochenende den zweiten Corona-Spieltag erlebt habt. Das würde mich nämlich ernsthaft interessieren, ob eure Wahrnehmung und eure Einstellung zu dem Thema da eine andere ist als die unsere. Schreibt uns das mal in die Kommentare auf Twitter, auf Facebook. Gerne auch irgendwie direkt Nachrichten, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Wir wären dafür Feedback von eurer Seite dankbar. Wir wünschen euch ansonsten eine halbwegs normal erträgliche Restwoche. Genießt den kommenden Bundesliga-Spieltag und wir melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschööö. Hey Hey That kind of watch Hey 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 That kind of watch Ey, elela mal gut Ey, ey, elela mal gut Echt an abonnen, ey! Echt an abonnen, ey! Echt an abonnen, ey!